Mein erstes Event, ich hatte da wirklich auch keinerlei Vorerfahrung, war dann gleich ein exklusives Album-Pre-Listening mit Lady Gaga, was wir damals im Berghain zusammen mit Juni Wasse veranstaltet haben. Das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung und ein Highlight gleichermaßen. Dann war es aber so, dass da ja die Jugglers noch mit dabei waren, Keke mit dabei waren. Also wir hatten viele Künstler, viele beteiligte neue Autoren und im Endeffekt standen glaube ich zwölf Autoren in diesen Copyrights und das alles zu klären war noch der viel größere Horror auf jeden Fall. Also ich hatte teilweise auch schon sehr oft Momente, wo Sessions stattgefunden haben und eine Frau als Writerin saß mit in dieser Session und alle anderen Writer und alle anderen Produzenten wurden gecredited, aber die Frau wurde zufälligerweise vergessen. Das ist scheiße und ich denke mir, wie kann denn das sein? Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski Stephanie Rohhn zu Gast im Thema Takt-Podcast. 2010 ist sie bei MyVideo gestartet und hat sich dort drei Jahre lang um Label-Beziehungen gekümmert, also zum Beispiel exklusive Premieren von Musikvideos. Falls ihr MyVideo nicht mehr kennt, das war ein Videoportal von ProSiebenSat.1, so ähnlich wie YouTube. Kleiner Spoiler, MyVideo wurde 2017 eingestellt. So wie der Streaming-Dienst Empire, den ProSiebenSat.1 vorher an Deezer verkauft hatte. Stephanie ist wie gesagt bei MyVideo gestartet und dann drei Jahre später zu Empire gewechselt. Circa vier Jahre lang war sie dort Projektmanagerin für Live-Events, hat zum Beispiel Konzerte für Cool Savage oder Lady Gaga organisiert und hat sich auch bei Empire um die Beziehungen zu Labels gekümmert. Aber das ist Vergangenheit und darüber sprechen wir erst später im Podcast. Seit 2017 arbeitet sie nämlich beim Verlag WePublishMusic. Dort ist sie A&R und Creative Director. Außerdem ist sie seit 2018 Head of Music and Artist Service bei Das Maschine. Was sich hinter diesen Berufsbezeichnungen verbirgt, erfahrt ihr in dieser Folge. Es geht sehr viel um Songwriting, Verträge, Auszahlungen und was ich alles beachten muss, wenn ich Musikautor werden möchte. Stephanie ist außerdem Managerin von Abbas, Explosive, Nessie und noch vielen anderen Künstlereinern. Alle Namen findet ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Folgen, zum Beispiel die mit Stephanies Arbeitskollegen Patrick Thiede. Den Thema Takt-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Deezer, Apple Podcasts und natürlich bei Fio, der Podcast-App von ProSiebenSat.1. Abonniert den Podcast überall. In den nächsten Tagen ziehe ich um. Unterstützt thematakt, damit ich mir Möbel kaufen kann, über thematakt.de slash spenden oder direkt, indem ihr paypal.me slash thematakt ins Handy tippt. Wenn ihr keine Kohle habt, dann empfehlt den Podcast an eine Person, die ihr sehr, sehr gerne habt. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast bei thematakt ist Stephanie Rohhn, a.k.a. Solis. Viel Spaß beim Hören. Dann starten wir. Direkt knallhart. Herzlich willkommen, Stephanie Rohhn. Hallo. Wichtigste Frage, wie hast du Mike Tyson kennengelernt? Es war unspektakulärer, als dieses Foto eigentlich aussieht. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Der hat quasi eine Europatour gemacht. Ich glaube, er brauchte Geld. Schon immer. Ja, und hat dann im Endeffekt in diversen Kinos in Deutschland, Frankreich, überall eine Gesprächsshow. Also es war eigentlich eher wie ein Interview und hat dort über seinen Werdegang als Boxer, über seine Kindheit und alles Mögliche erzählt. War auf jeden Fall schon sehr aufschlussreich, auch ein bisschen witzig und hat danach die Zeit für Versteigerungen auch genutzt. Und du hast ein Foto ersteigert? Nee, tatsächlich nicht. Also das war im Preis mit inkludiert. Aber das Herz, was wir da beide geformt haben, hat ihn, glaube ich, auch kurz ein bisschen verzaubert. Da wusste er erst mal nicht so richtig, was er machen sollte. Also zur Erklärung, ich habe es auch als Fragensticker ausgewählt. Ich bin durch deine Insta-Fotos gegangen und da stehst du eben neben dem Boxer Mike Tyson und formt eben jeweils eine Herzhälfte mit den Händen und haltet das in die Kamera. Und ich habe auch dazu geschrieben, beste Freundin von Mike Tyson kommt zu Besuch. Eine Followerin hat es geglaubt und dachte dann, okay, das ist bestimmt eine super interessante Gesprächspartnerin. Deswegen wollte ich diese Frage direkt am Anfang stellen, damit diese Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden. Ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt alle so enttäuschen muss. Aber du hast nichts ersteigert oder wenigstens? Ich habe nichts ersteigert. Patrick Thiede, mein werter Kollege, hat etwas ersteigert. Das war mir aber schon vorher klar. Der war nämlich auch da. Was denn? Ich glaube, ein Stück von der Ringmatte von einem seiner Kämpfer, das konnte er sich irgendwie nicht nehmen lassen. Ich habe ihn auch ein bisschen ausgelacht dafür. Okay, wow, das klingt ja wirklich nicht so spektakulär. Ich dachte wenigstens wirklich ein Handschuh oder sowas. Nee, nee. Gut, wir wollen zum Thema kommen. Und zwar bist du derzeit Head of Music and Artist Service. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Alles und nichts, wie der Name schon verrät. Genau, ich bin bei Das Maschine und bin eigentlich so ein bisschen die Schnittstelle zwischen all unseren Unterfirmen. Das heißt, für die Kollegen, die bei uns Management machen, Label und Sitz irgendwie so ein bisschen dazwischen und versuche, Synergien zu schaffen zwischen den einzelnen Themenbereichen und allumfassend für alle unsere Künstler. Habe aber auch eigene Management-Themen, genau. Und wie kann ich mir das vorstellen, diese Schnittstellen zu schaffen? Also wen verknüpfst du zum Beispiel? Vielleicht hast du auch direkt ein konkretes Beispiel bei Künstlerin XY habe ich da und da dafür gesorgt? Also es ist zum Beispiel so, wenn jetzt Patrick über Walk This Way einen neuen Künstler hat, der gerne schreiben möchte, mit dem sie anfangen zu arbeiten. Neulich zum Beispiel kam das Thema Slavik. Dann kommt er zum Beispiel zu mir und sagt so, hey Leute, Slavik möchte gerne nach Berlin kommen, möchte gerne Sessions machen. Habt ihr Produzenten? Habt ihr Leute? Könnt ihr die Sessions organisieren? Was können wir tun? Oder ich kriege Anfragen für neue Interviewformate und sprede dann, gucke dann intern, für welche unserer Künstler das spannend sein könnten und dann, genau, wird das quasi intern verteilt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, wie organisierst du dann so eine Songwriter-Session? Vielleicht muss man dazu nochmal sagen, dass ich ja auch noch für unseren Verlag tätig bin. We Publish Music heißt der. Da bist du, warte, ich muss kurz suchen, auch ein ganz fancy Titel, A&R und, das habe ich noch nie gehört, Song-Plugging-Managerin. Ja, ja, nicht mehr tatsächlich. Creative Director mittlerweile. Ah, das klingt auch, das ist greifbar. Song-Plugging klingt so, wie als würdest du irgendwas einstöpseln. Fast. Song-Plugging bedeutet eigentlich das Platzieren von Songs bei anderen Künstlern oder zum Beispiel in TV und Werbung. Aber Platzieren bei Künstlern ist dann, was genau mit gemeint? Also wir unterscheiden ein bisschen. Es gibt bei uns Künstler, die im Verlag sind. Es gibt aber auch Songwriter, also Autoren und Produzenten. Und da sie nicht immer selber Künstler sind, schreiben die ja auch ganz viel für andere Künstler. Das kann entweder in einer gemeinsamen Session passieren, das kann aber auch auf einem Briefing passieren. Das kann aber auch einfach sein, die treffen sich zusammen im Studio und schreiben einfach einen Song, schieben mir diesen Song rüber. Ich höre mir den an und überlege dann, zu welchem Künstler dieser Song vielleicht passen könnte. Und trete dann quasi in Kontakt mit dem Management dieses Künstlers oder mit dem Label oder mit dem Verlag. Und schicke dort die Songs hin, in der Hoffnung, dass dieser Künstler den Song ganz toll findet und gerne veröffentlichen möchte. Also du hörst dir dann immer Skizzen an oder kommt es auch vor, dass du dann nur den Text liest und auf dessen entscheidest? Nein, das ist alles Demo-basiert. Du kriegst immer einen Song, genau. Genau. Manchmal unterschiedlich natürlich Widerstand der Ausarbeitung ist, wobei man mittlerweile sagen muss, dass ich eigentlich fertige Songs bekomme. Also du kannst ja mit der Technik heute wahnsinnig viel machen. Unsere Produzenten, die wir haben, sind wahnsinnig gut. Das heißt, wir reden hier in den seltensten Fällen von einer ganz roughen Skizze, sondern meistens ist der Song schon so weit anproduziert oder ausproduziert, dass er eigentlich auch so veröffentlicht werden könnte. Ah, krass. Genau. Was passiert sonst, nachdem du zum Beispiel diesen Song gehört hast und gesagt hast, ey, kannst du dir vorstellen, den zu singen? Genau. Dann gibt es Feedback, so ja oder nein? Richtig. Also erstmal kriegt man natürlich ein generelles Feedback. Es kommt drauf an. Also ich bin ja nicht nur im Hip-Hop- und Rap-Bereich tätig, sondern im Verlag natürlich auch über alle Genres hinweg. Da kommt es dann ja immer ein bisschen drauf an. Wird es jetzt an einen DJ gepitcht, im Dance-Bereich zum Beispiel? Sollen die Vocals von dem Demo-Sänger oder der Künstlerin, die den Song geschrieben hat, auch übernommen werden? Oder wird dafür noch ein neuer Sänger gefunden oder ein neuer Künstler? Und grundsätzlich geht es natürlich erstmal darum, Feedback zu bekommen, ob das überhaupt passt, wenn der Künstler dann Interesse daran hat. Fragt er den Text an, fragt meistens die Produktion an, also das Instrumental oder aber, wenn der Künstler auch selber produziert, die Stems, also die MIDI-Files von der Produktion. Und dann geht er quasi selber ins Studio, nimmt das entweder selber auf oder macht sich selber nochmal an der Produktion zu schaffen. Dann gibt es quasi so das erste Gefühl, okay, wird das was? Passt das? Dann hast du natürlich den nächsten Schritt. Er muss das Demo dann wiederum erstmal seinem Label zeigen, ob die das auch so sehen, dass das eine potenzielle Single zum Beispiel ist oder ein potenzieller Album-Track. Und dann muss man all diese Stufen erstmal abwarten und das kann manchmal sehr schnell gehen, wenn der Hype um einen Song sehr groß ist. Manchmal kann sich das aber auch ein, zwei Jahre ziehen, weil nicht immer, wenn du eine Demo rausschickst, wird es auch sofort genommen. Also das Plugging endet in den seltensten Fällen bei einem Künstler, dem du es schickst. Manchmal ist es ein Perfekt-Fit, der fühlt es und sagt so, ja, mega geil, habe ich Bock drauf. Manchmal schickst du es aber auch an 100 Leute und der 101. nimmt es dann. Und da ist dann, wer als erstes Ja schreibt, bekommt es oder geht man dann doch nach Größe? Sowohl als auch. Also klar, manchmal hast du Songs, die man versucht schon irgendwie seit ein, zwei Jahren an den Mann zu bekommen. Und irgendwie ist das Feedback auf die Songs eher so semi. Das kann an unterschiedlichen Faktoren liegen. Musik ist ja auch immer schon auch eine Gefühlssache und die Emotionen, die es dann bei den Leuten auch auslöst. Und, oh Gott, sorry, was war die Frage? Gefällt mir da gerade. Wer als erstes schreibt, bekommt es auch. Genau. Und dann ist es natürlich so, wenn ich Interesse von einem Künstler bekomme an dieser Nummer, halte ich natürlich erstmal Rücksprache mit den Autoren, ob die diesen Song denn überhaupt für diesen Künstler hergeben. Wenn alle sehr an diese Nummer glauben und denken, dass der Künstler dafür zu klein ist und dass man vielleicht noch einen besseren oder passenderen Act findet, dann haben sie durchaus, weil sie haben ja die Rechte an dem Songwriting, die Möglichkeit, die Hand zu heben und zu sagen, na, sehe ich jetzt nicht so. Krass, aber es gibt auch den Moment, dass jemand sagt, ne, der nicht. Der soll meinen Song nicht sehen. Absolut, den gibt es, den gibt es, ja. Manchmal gibt es ja auch Vorgeschichten oder, ne, also. Hau mal was ganz Privates raus. Nee, also da muss man ja auch, ne, das ist ja gar nicht schlimm, aber es gab ja dann vielleicht manchmal schon irgendeine Art der Zusammenarbeit in der Vergangenheit, die vielleicht nicht so glücklich gelaufen ist oder wo man sich bei den Konditionen am Ende nicht so richtig einig geworden ist. Sind die Konditionen nicht immer gleich? Ist das nicht so ein prozentualer Wert, der passt? Nein, also auch da muss man unterscheiden. Also grundsätzlich geht es im Songwriting natürlich hauptsächlich erstmal ums Copyright, also um die Urheberanteile an einem Song. Das ist natürlich, der Markt hat sich verändert und in Zeiten von Streaming können viele Autoren eher schlecht als recht von den GEMA-Einnahmen, die über Streaming generiert werden, leben. Das hat natürlich zur Folge, dass viele Autoren auch mittlerweile oder Produzenten dann eben auch sagen, dass es gang und gäbe geworden ist, auch am Master, also an der eigentlichen Aufnahme und der Auswertung dieser Aufnahme beteiligt zu werden. Das gilt vor allem schon lange für Produzenten, die dann eben auch einen Produzenten-Lizenzpunkte bekommen, einen Master-Share und natürlich meistens dann auch einen Advance, also einen Vorschuss oder eine Fee für die Produktion. Das gilt mittlerweile aber auch für viele Songwriter, die dann auch sagen, ja gut, aber warum soll ich denn, ohne mich würde es diesen Song nicht geben, warum soll ich denn nur am Copyright verdienen? Aber wo wird dann dieses Stück vom Kuchen quasi weggenommen? Also weil früher, du meinst ja, seit Streaming hatte sich das verändert. Wer hat denn dann quasi verloren in dem Sinne, dadurch, dass der Songwriter mehr verdient? Ich weiß gar nicht, ob man in diesem Fall verloren sagen kann, weil viele Künstler, die diese Songs nicht geschrieben haben, oft mit ins Copyright rein wollen. Das macht natürlich Sinn, wenn Songs auch im Radio laufen, weil da kann man natürlich noch ganz gutes Geld als Urheber verdienen. Das heißt, es hat so ein bisschen einen Ausgleich stattgefunden und mittlerweile ist es gang und gäbe, dass ein Künstler, der gar nicht in der Songwriting-Session drin war hat, vielleicht hier und da noch ein bisschen produziert, sagt, ja, aber halt Stopp, ich möchte auch gerne mit ins Copyright rein und möchte da auch gerne Anteile haben. Also Songwriter und die Künstler an sich, die sind gleichprächtig da. Habe ich das richtig verstanden, so als früher? Nein, also es hat sich halt ein bisschen verschoben. Ursprünglich war es einfach so, Autor, XY, Produzent haben einen Song geschrieben, bei denen lag 100 Prozent Copyright, weil sie sind die Urheber und die Schöpfer dieses Werkes. Und dann gab es die Masterseite und da hat dann halt natürlich der Künstler verdient und das Label verdient und der Produzent meistens, weil er ja auch Dinge eingespielt hat und vielleicht im elektronischen Bereich dann oft ja auch noch die Sänger, die diesen Song dann eben gesungen haben. Ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen verschoben. Die Künstler verdienen dann teilweise am Copyright mit, obwohl sie den Song eigentlich nicht geschrieben haben und die Songwriter verdienen am Mastershare mit, genau, an den Lizenzeinnahmen. Und da gibt es keinen festen prozentualen Anteil, das wird immer neu ausgehandelt. Nein, das wird immer neu ausgehandelt. Das richtet sich natürlich auch ein bisschen danach, wie viel gemacht wurde. Also wir haben gerade so ein bisschen die Entwicklung, dass es sich viele Autoren zu kleineren Teams oder Zellen zusammenschließen, die quasi im Team wahnsinnig viel zusammenschreiben. Meistens bestehen diese Teams aus einem Produzenten, der vielleicht gleichzeitig auch mitschreibt und einer Writerin und Toplinerin oder einem Writer und einem Topliner. Was ist Topliner? Topliner sind die Writer, die wahnsinnig stark mit Melodien sind, also die Gesangsmelodie schreiben. Genau, und dann haben wir diese Teams, die liefern quasi fertige Songs. Die werden dann von Künstler XY gepickt. Künstler rede ich in diesem Fall tatsächlich von elektronischen Acts hier mal an dieser Stelle, weil das im Rap-Bereich natürlich nochmal ein bisschen anders läuft. Genau, wenn dann die Vocals auch genommen werden von der ursprünglichen Writerin, die es auch eingesungen hat, klar, dann performt sie auf diesem Song und dann muss sie natürlich auch was abbekommen. Das ist ganz logisch, genau. Und je nachdem, was wie viel verwendet wurde, wenn jemand auch nochmal, wenn nochmal ein anderer Produzent rangeht, der Künstler hat zum Beispiel nochmal ein festes Produzententeam oder produziert auch selber, lässt sich die Stems von dem Originalproduzenten schicken und nimmt Teile davon oder nimmt er den ganzen Song, so wie er eigentlich ist und addet vielleicht noch einen anderen Bass oder was auch immer, einen anderen Synthi. Je nachdem, was dann davon verwendet wird, danach richtet sich dann auch eben die Verhandlungsmasse, die man hat. Und dann hast du auch noch den Punkt, okay, ist der Autor vielleicht auch gleichzeitig Künstler, geht es um eine Kollaboration. Da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren rein. Und natürlich muss man auch sagen, dass Top-Autoren mit steigendem Erfolg auch teurer werden. Und diese Verhandlungen übernimmt dann aber der Verlag für mich? Jein. Okay. Also normalerweise ist der Verlag ja für, also die Urheberanteile eines Autoren zuständig. Das heißt, wo der Verlag hilft und unterstützt, ist beim Verhandeln des Copyright-Splits. Also die Urheber-Splits. Also ein Werk hat immer 100 Prozent Urheberanteil und die werden aufgeteilt auf die einzelnen Songwriter und Produzenten. Und dabei hilft er, was die Masterseite anbelangt, also zum Beispiel, was der Produzent noch für seine Produktion bekommt, was der Sänger noch für seinen Gesang bekommt. Und das passiert eigentlich, entweder kümmert sich der Produzent und der Sänger selber oder die haben ein Management, was sich darum kümmert. Dafür gibt es zum Beispiel ein Produzenten-Management oder ein Songwriter-Management in UK, ist das gang und gäbe. Die sich dann eigentlich darum kümmern, die andere Seite noch mit zu verhandeln. Jetzt muss man sagen, dass bei uns in der Firma, wir sind ja eigentlich eine kleine Company, mittlerweile aber auch schon ein bisschen gewachsen und decken ja verschiedene Bereiche ab. Unter anderem mache ich ja auch Produzenten-Management. Und irgendwie ist das bei uns, hat sich das so eingebürgert, auch aufgrund der Marktentwicklung, dass ich das dann einfach direkt mitmache. Das ist jetzt aber nicht der übliche Weg. Also bei großen Major-Verlagen wird diese Seite nicht mit verhandelt. Dafür ist dann der Autor immer noch selber zuständig oder sein Management. Wenn man einfach, sag ich mal, nur eine Leistung erbringt und singt einen Song ein bisschen und bekommt dafür, keine Ahnung, ich stelle eine Rechnung. Das ist ja noch leicht zu verstehen, aber was dann ja kompliziert ist, ist halt dieses Fortlaufende. Also weil der Song ja Geld einspielt, dann irgendwie Tantiemen an Y geht. Das heißt, für jeden einzelnen Song müsste ich eigentlich einen relativ komplizierten Vertrag aufsetzen. Ja. Okay, krass. Mehrere Verträge meistens dann ja auch. Also da kommt es ein bisschen drauf an. Also die Urheberseite dafür gibt es dann oft so Splitsheets, nennen sich das. Da werden einmal die Urheberanteile festgelegt und verhandelt. Dann unterschreiben alle Autoren und dann geht es quasi an den Verlag, wird gemeldet bei der GEMA. Dann gibt es dafür meistens Titelverträge, um das nochmal ganz official zu machen, damit sich am Ende keiner beschweren kann und man alles schwarz auf weiß hat. Was ist dann nochmal der Titelvertrag? Der Titelvertrag bezieht sich auf das eigentliche Werk und da wird nochmal festgehalten für einen Autoren, der sich in einem Verlagsverhältnis befindet. Wie die Splits, also die Urhebersplits sind und auch nochmal der Verteilungsschlüssel zwischen Verlag und ihm quasi geregelt. Genau, das wäre ein Punkt und der nächste Punkt ist dann, je nachdem wie man an dem Song partizipiert hat, gibt es dann einen Produzentenvertrag oder ein Vocal Agreement, wo dann quasi nochmal separat alle Rechte abgedeckt werden. Und der Performance, also der Produzent, der seine Produktion zur Verfügung stellt und der Vocalist, der seine Stimme zur Verfügung stellt. Genau. Und wenn ich das alles geregelt habe, dann landet einfach die Kohle auf meinem Konto oder wie läuft das dann? Ja, also normalerweise, wenn es ein Advance oder eine Fee gibt, also Vorschuss und man für die Leistung eben bezahlt wird, dann stellt man eine Rechnung und dann landet die Kohle auf dem Konto. Oftmals redet man ja aber auch über eine Lizenzbeteiligung, das heißt, man wird beteiligt an den Einkünften aus den Verkäufen oder dem Streaming und da gibt es dann immer eine halbjährliche Abrechnung. Im Optimalfall, also wenn es so laufen würde, wie man es sich wünscht, würde man automatisch alle halbe Jahre eine Lizenzabrechnung bekommen, wo dann drinsteht, wie viel dieser Song eingespielt hat und wie hoch dann die Beteiligung dafür ist. Das ist allerdings ein Punkt, der eher noch so rudimentär funktioniert und wenn man da kein gutes Management hat, keine gute Buchhaltung als Produzent, jemand, der da hinterher ist, dann kann das schon auch passieren, dass viele Produzenten auch durchaus mal sagen, ich habe seit zehn Jahren für Titel XY keine Lizenzabrechnung bekommen. Also das passiert durchaus sehr häufig, ja. Okay, krass. Dann muss man da auf die Recherche gehen, wo das Geld geblieben ist. Richtig, genau. Und dann gibt es vermutlich nochmal Leute, die, abgesehen jetzt von der GEMA, die ist ja auf einem offiziellen Weg quasi, also wenn ich angebe, ich habe diesen Song benutzt, dann ist ja alles fein, aber es gibt ja auch Fälle, in denen das nicht angegeben wird, vermutlich. Richtig. Also Partys, die zu groß sind und wo dann der Song gespielt wird und wo man vielleicht sogar Eintritt genommen hat und eigentlich müsste man das bei der GEMA melden. Gibt es da Leute, die versuchen, das aufzuspüren? Ja, also alles, was solche Dinge betrifft, dafür sind ja unter anderem auch die Verlage mit zuständig. Also ein Verlag übernimmt stellvertretend für den Autor das Inkasso, dieser GEMA-Gelder. Die arbeiten teilweise auch mit vielen externen Agenturen zusammen, die sich um das Tracking kümmern, also zum Beispiel alles, was Radio betrifft, Radioeinsätze, schauen, ob das wirklich alles korrekt abgerechnet wurde. Es ist aber eigentlich, und das muss man fairerweise mal sagen, fast unmöglich, alles auf dem Zettel zu haben. Also man ist da ja immer so ein bisschen angewiesen, zum Beispiel gerade auch, was so die Live-Einnahmen anbelangt, dass die Veranstalter da auch richtige Angaben machen. Man reicht ja als Künstler oder Autor dann auch immer Setlisten ein. Da wird, glaube ich, wahnsinnig viel getrickst und geschummelt. Viele Angaben werden einfach auch nicht gemacht. Und es gibt zum Beispiel auch gerade ein wahnsinniges Problem, was so YouTube anbelangt und was da die Abrechnung anbelangt der YouTube-Einnahmen für die Urheber, weil die einzigen Menschen, die quasi Zugriff auf die Zahlen haben, also auf das Analytics und wirklich einsehen könnten, okay, wie viele Views auf einem Video kamen denn jetzt im letzten Jahr aus Deutschland, Österreich, Schweiz und was müsste ich quasi an die GEMA abrechnen? Es sind quasi nur YouTube und der Kanalbetreiber. Und YouTube hütet sich da natürlich ein bisschen an die GEMA, alle Daten und Zahlen offen zu legen, weil das ja dann auch bedeuten würde, dass sie mehr zahlen müsste dafür. Das ist ein wahnsinnig großes Problem. Was man dann macht, ist, man guckt sich im Optimalfall die GEMA-Abrechnungen an und man weiß ja ungefähr als Autor, was man geschrieben hat. Und wenn man jetzt weiß, okay, ich habe den und den Song jetzt veröffentlicht im letzten Jahr oder geschrieben oder produziert und der wurde veröffentlicht und der steht mittlerweile bei 32 Millionen Views. Ich habe aber nur ganz minimale Einnahmen von der GEMA bekommen für den Bereich Video on Demand. Dann macht das Sinn, auf jeden Fall da mal den Verlag auch in die Spur zu schicken, damit man das auch reklamieren kann. Und dann würde sich der Verlag quasi bei der GEMA melden, sagen, guckt mal, das und das sind die Zahlen, das und das sind die Auszahlungen, die der Autor dafür bekommen hat. Irgendwas kann da nicht stimmen. Also als musikschaffende Person sollte ich auf jeden Fall auch selbst hinterher sein, so ein bisschen zu gucken, um dann quasi die Verlagspolizei dahin zu schicken. Ja, weil auch der Verlag natürlich nicht auf alles, auf alle Daten zugreifen kann. Und es ist quasi auch, es sollte so sein, aber bei der Masse an Releases ist es auch unmöglich, da wie gesagt YouTube und sonstige Anbieter ja ihre Daten auch nicht zur Verfügung stellen, rutscht da schon auch hier und da mal was durch. Und ich weiß, das ist beschwerlich, viele unserer Autoren hassen das, die kriegen ihre GEMA-Abrechnung, die gucken da einmal drauf und sind schon total abgefuckt und denken sich, ach du Scheiße, ich verstehe hier gar nichts. Weil sie so kompliziert sind? Ja, du hast ja immer nur so Spatenabkürzungen und Spatenbezeichnungen und das ergibt alles gar keinen Sinn und du bräuchtest quasi ein zehnseitiges Sheet, wo alle Abkürzungen aufgelistet sind, was das denn heißt und wofür das jetzt steht. Und da sind die meisten dann schon raus und wird dann aber schwierig, weil sie dann irgendwann an den Punkt kommen und sagen, also irgendwie kann das aber mit der Abrechnung nicht stimmen. Und dann gibt es bei der GEMA ja auch immer noch viele Fristen für bestimmte Spaten, in denen man dann nur reklamieren kann. Und wenn man da dann drüber ist, wird es dann halt… Das ist schon ein bisschen spät. Es ist viel zu spät, ja. Da würde ich mir dann keine Hoffnung mehr machen. Ach echt? Dann ist einfach weg. Ja, also du hast teilweise gerade für Streaming noch sehr kurze Fristen zum Beispiel, ja. Deshalb kann ich auch immer wieder sagen, für alle Leute, die Songs schreiben, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Meldet euch unbedingt bei der GEMA an, wenn ihr das regelmäßig macht. Ihr lasst da Geld liegen und vor allem, auch wenn es beschwerlich ist und nervt, aber guckt da bitte trotzdem drauf. Zu den Tipps und zu dem, wie werde ich eigentlich Songwriterin, kommen wir gleich. Du hast aber gerade eben auch gesagt, dass es schon manchmal einen Hype um noch nicht veröffentlichte Songs gibt. Wie funktioniert das denn? Also wie entsteht ein Hype, wenn es quasi nur 20 Leute wissen oder so, dass es diesen Song überhaupt gibt? Ja, also wir haben tatsächlich öfter mal den Moment, dadurch, durch dieses Pitching und Plugging, wie sich das nennt, wenn du manchmal Songs und gute Songs bekommst, die du rumschickst, schickst du ja oftmals an mehrere Parteien. Dadurch, dass wir ja nicht nur den Verlag haben, sondern auch teilweise sehr erfolgreiche Künstler bei uns im Management oder auf dem Label haben, bekommen wir manchmal Songs von unseren Autoren über zehn Ecken wieder zurückgeschickt mit der Frage, ob das nicht was für einen unserer Künstler in Kollaboration mit einem anderen Künstler wäre, weil alle diesen Song wahnsinnig gut finden. Und das sind dann auf jeden Fall schon sehr witzige Momente, wenn du diesen Menschen dann eröffnest, ja, der Song kommt von uns. Und es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, manchmal, das ist das, was ich vorhin meinte, manchmal hast du sehr erfolgreiche Autoren, die in ihrer Vita schon wahnsinnig viele große Cuts, so nennt sich das, Releases, hatten. Und da entsteht dann schon auch manchmal ein Hype. Und wenn es da die Möglichkeit auch in Kombination gleich mit Künstlern gibt, dann ist das schon manchmal so, dass da mehrere Parteien gerne oder mehrere Künstler diesen Song gerne veröffentlichen wollen würden. Und dann ist das eine sehr glückliche Situation für die Autoren, weil dann hat man natürlich wahnsinnig viel Verhandlungsmasse und kann da das Beste für alle Parteien rausschlagen. Das heißt jetzt im DJ-Bereich ist vermutlich am ehesten so, dass ich da einfach sehr viel Vorschläge bekomme, weil es halt relativ leicht ist, einen Song zu remixen und zu benutzen, während, keine Ahnung, ein Schlager, der ist halt mehr oder weniger fertig, da kann man jetzt nicht mehr so viel machen. Richtig. Und dann bekomme ich einfach Mail, 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 so wie ich zum Beispiel über neue Releases informiert werde, werde ich dann da als DJ über neue mögliche Releases informiert und picke mir dann da was raus und sage dann Bescheid. Und wenn ich ganz faul bin, dann sage ich einfach, yo, den bringe ich raus und ich mache da gar nichts mehr, der passt schon so. Genau. Und kriege dann einfach über meinen großen Namen zum Beispiel die Kohle schon was. Ja. Okay, das ist ja praktisch, vielleicht sollte ich mich da mal umorientieren. Absolut, ich kann ja da gerne helfen. Okay, jetzt wollen wir nochmal zum, wie werde ich eigentlich Songwriter kommen? Also auch vielleicht gerne Tipps für, was sollte man auf jeden Fall und was sollte man auf gar keinen Fall machen? Du hast ja schon erwähnt, bei der GEMA anmelden auf jeden Fall. Was wäre ein Punkt, was soll ich denn gar nicht machen? Oder woran merke ich zum Beispiel auch, dass ein Vertrag mich verarscht? Was ist so ein Klassiker-Ding vielleicht sogar, was häufig passiert? Also grundsätzlich muss man sagen, es wäre natürlich schön, wenn derjenige ein Talent fürs Schreiben hat. Da setze ich jetzt mal voraus. Also ich bin ein super guter Songwriter, aber noch weiß das keiner. Wie gehe ich vor? Richtig. Zuallererst würde ich dir erstmal raten, dir ein Netzwerk aufzubauen. Such dir Leute, die dich weiterbringen können, ein schönes Team. Viele Autoren, gerade wenn sie noch neu sind, haben ja angefangen mit Songwriting bei sich zu Hause im Zimmer und picken sich vielleicht irgendwelche Instrumentals aus dem Internet. Oder auch wenn es Produzenten sind, haben halt angefangen mit irgendeiner Billo-Software zu Hause zu produzieren. Ich kann immer nur sagen, für viele ist es erstmal schwierig, sich in zum Beispiel so Session-Situationen zu begeben. Das heißt, du kommst in den Raum, da sind noch andere Writer oder ein anderer Produzent. Du hast die vorher noch nie gesehen und sollst dann einen Song schreiben nach Möglichkeit. Und da kommt so jede zweite Stunde, kommst du dann rein und sagst, na, wie weit seid ihr? Nee, ich lasse die echt oft machen. Also ich bin in den seltensten Fällen dabei. Klar, manchmal irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, da schlummert ein Talent, dann gehe ich da schon auch hin und gucke mir das an und gebe vielleicht auch manchmal ein bisschen Input oder so. Aber ich lasse die grundsätzlich machen, weil am wenigsten brauchen die in so einer Situation dann noch jemanden, der da reinkommt und irgendeine Meinung mit reinträgt. Die sollen dann erstmal machen. Und für mich sind so Sessions auch immer wahnsinnig doll vibe-abhängig. Also der Vibe muss stimmen, die Leute müssen sich gut verstehen, müssen sich öffnen können. Das ist erstmal oberste Priorität. Für viele ist das schwierig. Da brauchst du dann auch schon erstmal so eine Testphase, wo die Leute das ausprobieren und sich an diese Situation heranwagen. Nichtsdestotrotz halte ich es für wahnsinnig wichtig. Und vielleicht schreibt diese Person ja sogar aber auch am allerbesten alleine zu Hause. Aber unterschätze niemals den Faktor, dein Netzwerk zu erweitern, weitere Songwriter kennenzulernen, die vielleicht positiv aus dieser Session mit dir gehen und auch empfinden, dass du eine Bereicherung warst, dass du viel dazu beitragen konntest und das vielleicht wiederum die dann quasi anderen Autoren oder anderen Künstlern von dir erzählen und wiederum sagen, ey, der oder die war mega nice in der Session. Ich glaube, das könnte total gut funktionieren, dass die anrufen, dass die irgendwie nochmal mit in die Session nehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sein Netzwerk erweitern, rausgehen, sich mit Leuten aus dieser Szene zu connecten, dass Menschen deinen Namen auf dem Zettel haben. Das ist sehr wichtig. Und dann wäre der nächste Schritt sicherlich auch, weil da kommt man dann ja an einen Punkt, wenn man das gerne professionell machen möchte, kommt ja irgendwann zwangsläufig die Frage, okay, und wie verdiene ich mein Geld? Oder kann ich davon überhaupt dann leben? Ich rate schon oft auch dazu, also viele meiner Künstler oder Autoren haben angefangen und haben tatsächlich noch Jobs oder zwei Jobs. Das kann man auf jeden Fall machen und nimmt auch ein bisschen Druck aus der ganzen Geschichte. Wenn man irgendwann aber an den Punkt kommt und sagt, ich möchte das unbedingt, aber ganz doll und möchte mich darauf auch konzentrieren, dann macht vielleicht ein Verlagsvertrag, also ein Autoren-Exklusiv-Vertrag kann schon auch Sinn machen, weil du dann natürlich auch erstmal einen Vorschuss bekommst, der dein Leben vielleicht für die nächsten ein, zwei, drei Jahre etwas entspannter macht, damit du dich dann auf das Writing auch konzentrieren kannst. Und natürlich ist so ein Verlag auch ein Zuhause für ganz viele andere Künstler und Autoren. und gerade was das Thema so Netzwerkerweiterung oder eben das Songplugging, deine Demos nehmen und sie an andere Künstler schicken, da ist man da natürlich auch an der richtigen Adresse. Die Menschen können einem natürlich auch helfen. Genau, GEMA-Anmeldung auf jeden Fall. Das wäre doof, das nicht zu tun, wenn man das wirklich kontinuierlich und ernsthaft betreiben möchte. Zum Thema Verträge ist es dann ja oft so, dass einem relativ schnell, auch wenn man das gut macht und wenn es sich rumspricht, dass man dann manchmal auch verschiedene Verlagsangebote bekommt. Ich glaube, auch da ist es wichtig, ich spreche manchmal mit Autoren, die dann auch sagen, Steffi, du, mein erster Verlagsvertrag, ey, lass uns da bitte nicht drüber sprechen. Das war die totale Scheiße einfach, weil ich jung war und keine Ahnung hatte, was ich da unterschreibe. Auch da gibt es schon gewisse Rahmenbedingungen und gewisse Schlüssel wie den GEMA-Verteilungsplan. Was war da denn zum Beispiel scheiße? Also woran machen wir später fest, dass das auf jeden Fall nicht gerecht war? Was heißt gerecht? Also es gibt grundsätzlich eben Rahmenparameter, die von allen Verlagen verfolgt werden. Da richtet sich der Verteilungsschlüssel, also was bekommt der Verlag, was bekommt der Autor nach dem GEMA-Verteilungsplan. Das hat alles seine Richtigkeit. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, gibt es da ja trotzdem auch einen Verhandlungsspielraum, den du als Autor haben kannst. Da kommt es natürlich auch ein bisschen auf deine Argumente an. Was hast du schon gemacht? Mit wem hast du schon geschrieben? Für wen hast du schon geschrieben? Gibt es vielleicht Upcoming Releases, die deinen Marktwert steigern? Ganz klar. Auch da kann sich relativ schnell, ich sage es mal, ein Bidding War entfachen um Autoren und einen Hype kreieren. Also es kommt dann schon relativ oft vor, dass sich das in der Branche rumspricht, welcher Autor jetzt gerade gefragt ist oder welcher Produzent und da alle Verlage ran wollen. Ich meine, das ist dann natürlich eine wahnsinnig gute Position, weil dann hast du viel Verhandlungsmasse und kannst irgendwie gucken, wie du da das Optimale für dich rausziehst. Nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, nehmt euch einen Anwalt, lasst das irgendwie alles noch einmal checken. Das Geld sollte es euch wert sein, vor allem, wenn ihr dann ja auch eh einen Vorschuss bekommt, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Und wo man vielleicht auch aufpassen muss, wenn man sich bewusst gegen einen Verlag entscheidet und sagt, ich mache das alles selber erst mal und will mir erst mal selber eine Karriere aufbauen, damit ich dann eine bessere Verhandlungsmasse habe, ist es mittlerweile, erlebe ich es schon auch ab und an so, dass viele junge Autoren, die noch unerfahren sind, dann mit Leuten zusammenarbeiten, mit Agenturen oder mit Labels und im Nachhinein plötzlich von denen Titelverträge geschickt bekommen, was quasi heißt, dass diese Menschen sich die Verlagsrechte an diesem Song sichern wollen, obwohl das niemals vorher zur Debatte stand. Auch da, wenn nichts dergleichen besprochen wurde, dann gibt es auch keinen Grund, das zu unterschreiben. Behaltet eure Rechte noch so lange, damit ihr quasi Verhandlungsmasse für einen zukünftigen Verlagsdeal habt. Also diese Titelverträge, die wir ja auch am Anfang angesprochen haben, gibt es erst, wenn ich einen Verlag habe? Nein, also was man natürlich auch machen kann ist, nehmen wir mal an, du bist ein junger Autor, eine junge Autorin oder Produzent und hast schon ein relativ krasses Netzwerk und hast da Leute getroffen oder ein Management, die gleichzeitig vielleicht auch ihren eigenen Verlag haben und kommst mit denen überein und die sagen, hey, wir arbeiten hier bei Künstler XY an dem Album und wir hätten dich gern als Autor oder Produzent dabei, im Fest, im Team für dieses Album. Uns wäre aber wichtig, dass du uns dafür quasi deinen Verlagsanteil für dieses Album gibst. Dann kann das schon okay sein, weil im Endeffekt kommen diese Cuts oder dieses Album, dieser Auftrag kommt ja dann auch von dieser Firma und das ist dann schon auch manchmal okay zu sagen, ja gut, ich gebe euch jetzt die Rechte daran, aber nur dafür und für alles andere, was ich on the side mache oder für alle anderen Künstler, für die ich schreibe, das bleibt alles bei mir. Ah, okay, also nicht unbedingt Titelvertrag ist nicht das Problem, sondern ein Titelvertrag, der dann wiederum sagt, dass du quasi alle Rechte verloren hast, das ist das. An diesem Song, also du hast sie ja, du kannst ja deine Autorenanteile, deine Anteile als Urheber kannst du nicht verlieren, die hast du. Dafür gibt es unser Rechtssystem, was das besagt. Aber klar, also diese Verlagsanteile, die du da abgeben kannst, damit ein Verlag dann auch daran mitverdient, wenn er deine Interessen vertritt, das muss man sich überlegen. Und wenn man vorhat, irgendwann einen Autorenexklusivvertrag irgendwo zu unterschreiben für drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre, je nachdem, dann macht das auf jeden Fall Sinn, vorher so viel bei sich zu behalten, wie es nur geht. Ein Vertrieb ist ja zum Beispiel relativ leicht zu ersetzen, würde ich mal sagen, weil es geht mehr oder weniger nur darum, dass deine Songs irgendwo landen, die Promo und die zusätzliche Power eines Vertriebs jetzt mal weggelassen, also zum Beispiel, dass man eben auch für Spotify-Playlisten pitcht oder sowas, sondern wenn es mir wirklich nur darum geht, ich möchte meine Musik da haben, einen Verlag stelle ich mir aber schwieriger vor zu ersetzen, weil die Arbeit ja eh eine sehr aufwendige ist, oder? Wie siehst du das? Also, ich meine, es gibt viele Autoren auch, die irgendwann sagen, ich war bei einem Verlag, ich habe mein Netzwerk soweit erweitert, ich habe verstanden, worum es geht und ich möchte jetzt nichts mehr abgeben, sondern möchte alles bei mir behalten, kann ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade was das Thema Inkasso anbelangt, aufgrund der Undurchsichtigkeit, zum Beispiel bei YouTube oder bei Netflix oder wo auch immer, also all diese neuen Streaming-Anbieter, finde ich es schon auch, also ich würde fast sagen, ein bisschen fahrlässig, das nicht zu tun, weil für dich alleine als Autor ist es unmöglich, da durchzublicken und all das zu tracken und auf dem Zettel zu haben. Und ich würde schon meinen, dass man da auch Geld liegen lässt. Wenn du jetzt Produzent zum Beispiel bist und sagst, ich brauche keinen Vorschuss, weil mit meinen Produktionen, mit meinen Beats habe ich eine geregelte Einnahmequelle, ich habe mir schon ein Standing aufgebaut, ich arbeite regelmäßig mit namenhaften Rappern, dann ist das vielleicht auch gar nicht erst mal so notwendig, weil du quasi noch eine andere Einnahmequelle hast. Der Verlag ist ja aber vor allem auch für die Autoren eine Bank, möchte ich sagen, aber eben auch der Netzwerkerweiterer. Wenn du all das hast, weil du sehr umtriebig bist, weil du in diesen Strukturen schon drin bist, dann macht es vielleicht für dich auch nicht so viel Sinn. Also ich glaube, da kommt es immer ganz drauf an. Also wenn ich mich von einem Verlag trenne, dann habe ich vermutlich zumindest eine Person, die sich um die Verlagsarbeit kümmert. Also ob es Management ist oder so. Oder du machst es selber, genau. Oder es macht dein Management, genau. Aber ich glaube, im Optimalfall nimmt es einem ja auch was ab, weil um all diese Sachen möchte man sich ja auch eigentlich nicht kümmern. Das ist ja der Teil, der eigentlich weniger Spaß macht. Und wie ist es, wenn ich wirklich ganz am Anfang starte? Würdest du es empfehlen, zum Beispiel Sachen sogar zu veröffentlichen? Also auch die Frage so ein bisschen, kann ich Künstler und Writer gleichzeitig sein? Oder steht mir das dann sogar im Weg eher? Überhaupt nicht. Also ich arbeite ja auch mit vielen Künstlern, die auch gleichzeitig bei mir im Verlag sind. Und ich glaube schon, dass ich das gegenseitig befruchten kann. Zum einen hilft, glaube ich, die Arbeit als Writer dir in deinem eigenen Schaffens- und Kreativprozess für dich als Künstler, weil du natürlich wahnsinnig viel lernst. Ich glaube, Künstler sind ja oft, auch wenn sie an ihren eigenen Sachen arbeiten, schon sehr, sehr in ihrem Modus und wissen ja ganz genau, wie sie sich selber sehen, was sie sagen würden, was sie nicht sagen würden. Da gibt es dann meistens auch nicht so viel Spielraum. Man setzt sich selber vielleicht auch mehr unter Druck. Ich glaube, dass das anders ist, wenn du als Künstler sagen kannst, ich gehe jetzt in eine Session für jemand anderen und mache mir diesen Druck nicht, weil hierbei geht es nicht um mich. Ich kann mich freimachen und kann mich komplett darauf einlassen. Und ich glaube, dieser Prozess kann wahnsinnig bereichernd und lehrreich sein für die eigenen Sachen, die man schreiben kann. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass, wenn du zum Beispiel Writer bist und dir ja aber auch ein Standing als Künstler machst, dass das auch deine Writing-Karriere positiv beeinflussen kann, weil natürlich viel mehr Menschen auf dich aufmerksam werden. Oftmals sind die Writer ja trotzdem im Hintergrund. Viele Menschen wissen ja gar nicht, wer die Produzenten oder Autoren hinter diesen Songs sind. Also das sieht man auch nicht in den Credits und in dem, ja gut, früher waren es noch Booklets und so, da könnte man das vermutlich schon einsehen. Da sehe ich eigentlich immer, wer der Writer ist. Aber gerade in der Streaming-Zeit, Spotify zeigt mehr an. Also Produzent schon, Writer auch. Autoren, genau, Autoren auch. Wobei man sagen muss, also gerade im Rap-Bereich wird es auch oft nicht angegeben in den Credits. Also das richtet sich ja ein bisschen dann auch immer nach der LC, also Label-Copy, die dort abgegeben wird. Manchmal wollen die Künstler bewusst nicht, dass dort die Writer stehen. Manchmal wird es einfach vergessen oder nicht viel Wert draufgelegt. Was passiert denn in dem Fall, dass es da nicht steht? Also dann hat es auch einen Effekt auf die GEMA, oder? Nee, weil die GEMA, also die Datenbank, wo du es immer siehst und immer findest, wäre die GEMA-Datenbank. Da kann man auf jeden Fall sich immer informieren. Und da kämpfen wir natürlich dafür, dass, also da bin ich dann auch im Verlag immer hinterher, dass wenn zum Beispiel, also du hast ja gerade im Rap-Bereich, hast du es ganz oft so, dass man in einer Session war als Produzent mit einem Rapper und du dann aber keine Info bekommst, wann dieser Song denn überhaupt released wird. Und plötzlich ist halt Release Friday und auf einmal taucht die Nummer im New Music Friday auf und der Autor sagt, ey, okay, wow, davon wusste ich nichts, alles klar. Und dann spreche ich natürlich mit den Autoren oder Produzenten und sage halt, hey Leute, wie war denn das damals in der Session? Was hast du an dem Song gemacht? Was hast du an dem Song geschrieben? Habt ihr untereinander mit dem Künstler jemals über Copyright-Splits gesprochen? Ja, nein. Wenn nicht, müssen wir es jetzt klären und dann müssen wir es unbedingt bei der GEMA anmelden. Da sind wir schon immer sehr hinterher. Würdest du dir wünschen, dass da mehr Wertschätzung entsteht? Also jetzt mal Rap vielleicht ausgenommen, weil da eben dieses Ding einfach ist, dass man davon ausgeht, dass der Künstler auch immer selbst seine Zeilen schreibt und das einfach diese ganze Romantik nehmen würde. Aber in anderen Bereichen, wo es vielleicht nicht so wichtig wäre, also im Pop-Bereich oder so, ist es glaube ich nicht schlimm zu wissen, dass da auch eine Katy Perry viele Songs geschrieben bekommen wird. Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen. Das ist ja auch was, wofür wir jeden Tag kämpfen. Ich habe ganz oft Momente, wo das merkst du dann auch am Freitag, am Release-Freitag, wenn dann eben plötzlich die Autoren nicht in den Credits genannt werden, wenn bei Instagram, bei Releases alle möglichen Beteiligten verlinkt werden, aber die Autoren nicht. Oder auch das gleiche Thema in Bezug aber auf Frauen auch. Also ich hatte teilweise auch schon sehr oft Momente, wo Sessions stattgefunden haben und eine Frau als Writerin saß mit in dieser Session und alle anderen Writer und alle anderen Produzenten wurden gecredited, aber die Frau wurde zufälligerweise vergessen und das passiert ziemlich häufig. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Und ich denke mir, wie kann denn das sein? Du saßt doch in der Session mit dabei, du weißt doch, wer da war. Ja, genau. Und ich meine, es gibt ja Initiativen. Also es gibt ja auch diese neuen Songwriter-Seiten, Pages bei Spotify, die gerade eingeführt werden, wo du quasi auch auf den Namen des Writers oder Produzenten klicken kannst und dann werden dir alle seine Releases, an denen er beteiligt war und was gemacht hat, mit angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt schon komplett ausgerollt haben. Ich meine noch nicht. Ich hatte davor ein paar Monaten mal nachgehakt und da waren die gerade in der ersten Testphase. Aber das fände ich schon wahnsinnig wichtig, weil ohne diese Menschen würde es all diese Songs einfach nicht geben. Und da kämpfen wir dann schon auch jeden Tag für. Kannst du vielleicht jemanden nennen, der wirklich so, vielleicht auch gar nicht mal an der Oberfläche der Musikindustrie schwimmt, aber der super gehypt war oder die als Songwriterin, wo sich wirklich viele drum gerissen haben? Also gibt es so Koryphäen? Vermutlich gibt es die, aber so Hidden Champions, wo niemand weiß, was die eigentlich für krasse Songwriter sind? Ja, jetzt mal zum Beispiel, wenn wir nochmal ganz kurz im Dance-Bereich, sorry, ich spreng hier den Podcast heute voll, genre-technisch. Ist doch gut. Genau, also zum Beispiel eine Charlotte Boss zum Beispiel hatte ihr früher ihr eigenes Künstlerprojekt Not Once Had und hat sich dann aber so ein bisschen aufs Writing fokussiert und ist eine wahnsinnig tolle Writerin und Top-Linerin, singt auch selber. Die hat zum Beispiel mit einem meiner Produzenten, Kranz De Luten, die sind eigentlich so ein Writing-Duo, ein sehr erfolgreiches und haben es eigentlich so innerhalb eines Jahres echt auch geschafft, sich da einen wahnsinnig guten Namen zu machen und haben für alle möglichen DJ-Größen und Artists Songs geschrieben und mitproduziert. Und da gab es schon auch hier und da diverse Verlage, die da dran waren. Dann zum Beispiel ja auch unser Künstler Marjan, der bei uns auch im Management und im Verlag ist, zusammen mit BMG, war es auch so. Also das war so ein Thema, was sich gehypt hat. Also wir haben natürlich auch mit allen gesprochen, haben die Songs rüber geschickt und haben gesagt so, hey, das wird vielleicht das nächste Ding, hört euch das doch mal an und konnten da viele Leute für begeistern und da war es dann auch relativ schnell so, dass man mit allen Verlagen im Gespräch war und da viele auch gern an Bord gewesen wären. Und wie überzeugst du denn Leute? Was spricht dann besonders für euren Verlag zum Beispiel? Ja, da gibt es natürlich zum einen dann Kohle? Ja, Hard Facts wie Kohle, wobei man sagen muss, dass wir ein kleiner Indie-Verlag sind und ehrlich gesagt ist das weniger unser Anspruch, sondern ich meine, also wir haben ein sehr persönliches Verhältnis zu unseren Künstlern und Autoren und sind eigentlich eher wie so eine Familie und wir sind ein sehr aktiver Verlag. Also wir sprechen täglich oder alle paar Tage mit unseren Writern, die hören immer von uns, die kriegen sofort eine Antwort. Dadurch, dass wir ja eben nicht nur den Verlag machen, sondern auch Label, Merch, Management, haben wir natürlich auch noch viele andere Spielwiesen, auf denen sie sich austoben können, wo wir Möglichkeiten für Zusammenarbeiten schaffen können. Das ist schon noch mal eine andere Art und Weise, glaube ich. Und unser Roster ist sehr ausgewählt. Das heißt, wer betreuen nicht 300 Autoren, sondern 35? Da kommt jeder dann auch irgendwie zum Zug. Ich glaube, das sind dann eher die Argumente, die bei uns zählen und warum sich Menschen am Ende des Tages auch für uns entscheiden. Nichtsdestotrotz brauchen viele Autoren und Produzenten Geld und da sind wir ja immer relativ offen für Zusammenarbeit mit anderen größeren Partnern, mit denen man dann auch die finanzielle Komponente möglich machen kann und die wir aber auch in der Zusammenarbeit schätzen, wo wir wissen, okay, hey, vielleicht ist dieses Co-Verlagskonstrukt mit einem anderen Verlag ja aber auch total bereichernd, weil dann hast du zwei Parteien, die dir Sessions organisieren, die Camps für dich organisieren, die deine Songs pluggen. Also multiplizieren sich die Möglichkeiten natürlich. Direkt mal bei Marjan, der hat ja auch einen Song mit Megalow. War das so ein Co-Ding? Nee, da kam es tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das bei denen, ich glaube, dass Kili und Kilian und Joe, also Marjans Produzenten und Marjan selber schon mal mit Megalow im Austausch waren und er Marjan, glaube ich, auch echt ganz gut fand. Und wir hatten dann diese Monoton-Nummer, wo wir auf jeden Fall alle gerne noch ein Feature hätten drauf haben wollen. Und dann hat man sich ja auch für den wundervollen Julian Schmidt entschieden und nochmal für den Megalow, was dann, glaube ich, echt ganz gut gepasst hat. Und auch nochmal zu Marjan, ein Song, ein Remix, den ich sehr gefeiert habe, Tag ein, Tag aus heißt es, glaube ich, und es ist halt Around the World. Genau. Das ist doch bestimmt schwierig, auch wenn er das im Piano spielt. Da war tatsächlich, also das ist ja dann das nächste Ding, worüber sich ein Verlag natürlich, worum er sich auch kümmert, ist, wenn du Songs bearbeiten möchtest, die es schon gibt, also die Klärung dieser Songs. Das können Autoren in seltensten Fällen selber so, weil da gibt es natürlich verschiedene Wege. Du musst dann erst mal herausfinden, okay, von wem wurde der originale Song geschrieben. Dann wendest du dich meistens als Verlag erst mal an die Verlage, bei denen die Rechte liegen, also bei denen die Originalautoren gesigned sind. Mit einer Bearbeitungsanfrage versuchst du es erst mal zu klären. Manchmal sitzen die aber in den USA oder in Schweden oder in Italien und dann wartest du da teilweise Wochen auf Antworten. Ich habe tatsächlich auch schon mal Songs versucht, über Facebook zu klären. Da habe ich dann einfach die Originalautoren bei Facebook angeschrieben, weil ich da einfach nicht weitergekommen bin über die Verlage. Da muss man dann auch manchmal zu ungewöhnlichen Mitteln und Wegen greifen. Und da war dann aber tatsächlich, also das an sich, den Song, den Originalsong zu klären, dass wir ihn bearbeiten dürfen, war gar nicht die Schwierigkeit. Aber da war es dann am Ende so, dass die Originalautoren ja auch immer was vom Copyright abbekommen oder manchmal auch alles bekommen, weil sie sagen, ja, ihr könnt gerne den Song benutzen, aber das Urheberrecht an dem Song liegt weiterhin nur bei mir. Oder manchmal sind sie auch bereit, was abzugeben. Das war in dem Fall so. Und dann war es aber so, dass da ja die Jugglers noch mit dabei waren, Keke mit dabei waren. Also wir hatten viele Künstler, viele beteiligte neue Autoren. Und im Endeffekt standen, glaube ich, zwölf Autoren in diesen Copyrights. Und das alles zu klären, war noch der viel größere Horror auf jeden Fall. Also alles entspannt hat ja geklappt, aber das ist dann auch manchmal nicht einfach. Auch ein Ding, was so ein bisschen wie so ein Mythos immer rumschwirrt und vielleicht kannst du das bestätigen oder auch verneinen. Kann ich einen Song, wenn ich den einfach nachproduziere, einfach so benutzen? Wenn ich das hinbekomme, quasi ein Instrumental von einem bekannten Rap-Song selbst nochmal neu zu produzieren und das quasi selbst gemacht habe, darf ich das einfach so oder ist das völliger Quatsch? Also grundsätzlich dürftest du covern. Das müsste dann aber dem Original schon sehr, sehr doll entsprechen. Sobald da auch nur irgendwas verändert wird, könnte es dir als Bearbeitung ausgelegt werden und dann dürftest du es eigentlich nicht. Wir sind tatsächlich so, dass wir zu all unseren Künstlern und Autoren immer sagen, lasst uns versuchen, das zu klären. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich viele Künstler mittlerweile gerade im Rap oder R'n'B dann ja oft auch im Ausland bedienen und ich wage mal zu bezweifeln, dass da immer alles geklärt wird. Da habe ich auch mit Patrick ein bisschen drüber gequatscht. Kannst du dir das erklären, wie das kommt, dass sehr viel auch schnell kopiert wird? Also klar, das Internet hat Grenzen irgendwie fallen lassen, die früher noch waren, aber dass manche Beats wirklich so eins zu eins benutzt werden und dann einfach fröhlich drüber gerappt wird und dann so, ach, wir probieren es einfach mal. Ja, also ich glaube, es ist genau das, wenn irgendwas schon gut funktioniert hat in einem anderen Land, warum soll das dann nicht hier auch funktionieren? Und dann gehen wir einfach den Weg des geringsten Widerstands und vielleicht bietet das ja auch dann schon auch mal eine Hit-Garantie gefühlt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da einfach gesagt wird, ja gut, lass machen, was kann passieren? Also im Worst-Case-Szenario wirst du abgemahnt. Aber die Armys interessiert ja auch gar nicht, was wir hier machen. Also in den seltensten Fällen kommt ja Deutschland da als nach mir eher so, nach mir die Sintflut und wir sind der Key-Markt und dann gucken wir mal. Wobei auch da habe ich mich gefragt, weil es ja mittlerweile einfach einen klar vergleichbaren Maßstab gibt, nennen wir Instagram. Auch Amis können sehen, oh, der hat eine Million oder drei Millionen FollowerInnen, dann ist der wohl relevant, dann lass doch mal da zusammenarbeiten. Nimmst du das so wahr, dass auch Songwriting oder Kollaborationen internationaler werden? Absolut, absolut. Also ich meine, wir haben ja das auch schon in der Vergangenheit gemacht, mit einem Kontrakat zum Beispiel. Auf einem All-J-Album, was glaube ich alle sehr überrascht hat. Genau, also das weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Das hat, glaube ich, mein lieber Chef Nico damals eingetütet. Ich weiß gar nicht genau, wie da die Zusammenarbeit zustande gekommen ist, weil das war seine Baustelle. Aber wir haben uns auf jeden Fall alle sehr darüber gefreut. Ja, also die merken natürlich auch, dass der deutsche Musikmarkt wächst und dass es da schon auch irgendwie eine Art von Relevanz gibt. Und ich meine, der US-Markt ist so wahnsinnig groß, wenn man dann einzelne andere Key-Territories durch so eine Kollaboration irgendwie mit abdecken kann, dann ist das natürlich irgendwie auch ein Shoreshot. Also sind da mittlerweile viele Künstler viel, viel offener geworden. Und mittlerweile ist das ja irgendwie gefühlt dann auch echt ein Marketing-Tool der Labels geworden. Wobei es das ja schon immer war. Ich denke an Christina Milian und Sammy Deluxe Remix. Stimmt, ja, stimmt. Also diese International-Dinger gab es ja schon, zumindest im Rap irgendwie immer. Absolut, ja. Aber, ja, auch jetzt kann man es wahrscheinlich dann halt nochmal eher messen. Also früher wusste man nicht genau, okay, bringt das was? Wenn ich da den Sammy reinpacke, statt Fat Joe oder ich weiß, ich glaube, es war eine andere Person in Amerika. Aber jetzt kann man ja den Song dann sogar doppelt listen, doppelt Plays absahen. Genau. Also bei Aya Nakamura zum Beispiel, deutsche Version Loredana. In der Original war, glaube ich, gar keiner auf dem Song, sogar bei Jar Jar. Und, aber versucht ihr da auch aktiv Leute aus dem Internationalen zusammenzubringen? Klar, absolut. Und woran macht ihr das dann fest? Weil auch da ist ja eine unfassbare Fülle oder wie gehst du überhaupt ran? Angenommen, du hast jetzt eine Nessie, da musst du ja erstmal sagen, diese Sprache könnte interessant sein oder dieses Land. Oder wonach gehst du? Oder hörst du einfach so ein bisschen querbe durch und dann kommt dir so, hey, das wäre doch ein möglicher Part. Gehst du nach Stimmen? Wann gehst du nach? Also wie geht das? Naja, also es geht natürlich zum einen auch um Vibe und den Sound. Also da muss man ja natürlich am Ende des Tages auch einen Nenner finden. Wenn Nessie Sound jetzt komplett weit weg wäre von dem Künstler, den ich vielleicht dafür sehen würde, dann wäre das wahrscheinlich spannend und könnte sich auch aneinander reiben und irgendwie auch für eine Überraschung sorgen. Aber klar guckt man schon erstmal, okay, könnte das musikalisch überhaupt irgendwie zusammenpassen. Aber dann klar ist das natürlich schon auch ein strategischer Move. Also im Optimalfall ist es jemand in einem anderen Territory, der dort eine Reichweite mitbringt, die dem Künstler oder der Künstlerin dann hier auch was bringen könnte. Hast du da vielleicht ein Beispiel auch da einen internationalen Künstler, Künstlerin, die du da irgendwie gesehen hast und die du zusammengebracht hast und dann ist auch tatsächlich ein Song entstanden? Also zum Beispiel, um jetzt nochmal auf den Dance-Bereich zu kommen. Scheiße, das haben wir so eigentlich nicht geplant. Das haben wir so nicht geplant. Raus. Nee, ist ja. Genau. Shownotes, Links. Leute werden sich jetzt einfach umorientieren müssen, wie den Podcast hier hören. Ey, ich glaube, da geht es ja auch irgendwie ein bisschen hin. Also ich glaube, man muss ja, Rap entwickelt sich ja auch weiter. Von daher hoffe ich zu. Weiter zu Dance. Ja. Wir alle hoffen das. Naja, aber mal ganz kurz. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Hätte mir jemand vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren gesagt, dass Dance nochmal wieder so einen großen Part einnehmen wird in unserer deutschen Musiklandschaft, hätte wahrscheinlich auch jeder gesagt, ja, come on. Das war halt die ganze Zeit Hip-Hop. Aber dass dann jetzt Künstler in diesem Genre plötzlich wieder so sehr funktionieren, im Mainstream hätte ja auch vielleicht keiner gedacht. Also internationales Beispiel im Dance-Bereich? Genau. Also ich meine, wir arbeiten da ja zum Beispiel mit Vice, einer unserer Produzenten und Writer, Vitali Zestowski, der ja zum Beispiel mit Capital ja auch die Babynummer gemacht hat. Und da ist es natürlich auch so. Also wir haben ein paar Territories, die wunderbar funktionieren. Aber da überlegt man sich natürlich auch strategisch, was können wir jetzt machen, dass das Thema auch international fliegt und mit wem können wir da arbeiten? Und dann guckst du natürlich, also im Optimalfall ist man eben mit den Managements schon im Austausch und es ergibt sich auf eine spielerische Art und Weise, weil den Künstlern die Songs gefallen und man findet da einen gemeinsamen Nenner und schafft so die Zusammenarbeit. Aber klar, manchmal forciert man das auch und geht da explizit mit einer Anfrage ran. Dann ist das halt manchmal ein Sam Feld oder dann ist das halt plötzlich ein Iman Beck, der dann auch in Russland gut funktioniert und da muss man dann halt gucken, wo da gerade der Fokus liegt. Ich würde auch noch auf deine Geschichte gleich eingehen, aber erstmal noch so ein paar Fragen zum Aktuellen. Wen managst du alles? Vielleicht kannst du da noch mal kurz aufzählen. Also zum einen Nessie, genau. Da arbeiten wir ja gerade an neuen Sachen. Der ein oder andere kennt sie vielleicht vom Deine Mutter Release mit Savas. Was über 50 Millionen Streams hat. Ja, und bald gegangen ist. Glückwunsch. Also ich war echt überrascht, als ich gestern geschaut habe, dass es halt so krass erfolgreich geworden ist. Ich glaube dann sein meist gestreamter Song auf Spotify. Ja, aktuell, ja, genau. Habt ihr, also jetzt, klar, das kann man immer nicht so genau sagen, aber habt ihr damit rechnen können, dass es so erfolgreich wird? Als ich die Demo bekommen habe, habe ich geahnt, dass es besonders ist und dass es funktionieren könnte, aber dass es so funktionieren könnte, man schraubt ja erstmal die Erwartungen immer ein bisschen runter. Das hätte ich tatsächlich auch nicht vermutet. Glaubst du, das war einfach, weil es ein guter Song war? Oder waren das auch andere Stellschrauben, die ihr da irgendwie richtig gedreht habt? Nö, ich glaube, es war einfach ein guter Song zur richtigen Zeit mit dem guten Thema und vor allem finde ich die Hook auch echt wahnsinnig catchy. So, ja, einfach guter Song zur richtigen Zeit. Gut, bleiben wir mal kurz beim Beispiel Nessie, die du auch, glaube ich, am intensivsten dann gerade betreust. Da habe ich mich gewundert, die ist ja schon super lange am Start, aber man findet gar nicht so viele Songs auf Spotify. Also, was war die Entscheidung, dann irgendwie alte Songs runterzunehmen oder gar nicht hochzuladen? Also, wir haben alte Songs runtergenommen. Nessie hat früher eher Singer, Songwriter Sachen gemacht, auch auf Englisch. Wir arbeiten jetzt seit drei Jahren zusammen. Sie war vorher schon bei uns im Verlag und hatte sich dann vom alten Management getrennt. Und wir haben dann angefangen, mehr miteinander zu arbeiten. Und ich habe dann auf der verlaglichen Seite versucht, sie da zu pushen und mehr für sie zu tun. Und dann war aber irgendwann relativ schnell klar, dass für sie natürlich ihr Artist-Projekt auch immer noch sehr wichtig ist. Und dann quasi saßen wir irgendwann mal beim Café zusammen und meinten, okay, also wir würden dir jetzt mal helfen, ein neues Management für dich zu finden. Woraufhin sie dann meinte, eigentlich würde ich mir wünschen, dass ihr das macht. Genau, so sind wir dann quasi managementseitig zusammengekommen. Heißt, wir arbeiten auf mehreren Ebenen miteinander. Und da war es dann tatsächlich erst mal so, dass wir auch weiter gemacht haben mit englischsprachiger Musik. Und da die ersten Demos erstellt haben. Und dann hat uns eigentlich ein bisschen deine Mutterwelle überrollt. Nessie hätte sich, glaube ich, vor drei Jahren auch nicht vorstellen können, dass sie jemals deutsche Musik machen wird. Und dann gab es quasi einen Tag im Studio mit Abbas, auch einem meiner Produzenten, der die Nummer ja produziert hat mit Explosive zusammen. Und Nessie und Savas. Und dann ist dieser Song entstanden. Und dann kam er raus. Und dann hat das ja alles ziemlich gut funktioniert. Und dann waren wir erst mal so, hm, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Darauf sind wir irgendwie so gar nicht vorbereitet. Wir hatten keine weiteren deutschen Demos, nur englische Nummern. Und es war dann echt so, ja, scheiße. Und dann kam noch die Prinz-Pi-Nummer. Die Manuzidia. Genau, wo sie ja auch die Hook gesungen hat. Und sie hat Musik, urbane Musik, schon immer sehr geliebt. Aber wie gesagt, Deutsch war irgendwie nie so das Ding. Und dann weiß ich, dass wir irgendwann zusammensaßen und gedacht haben, ja, Mann, aber vielleicht probieren wir es halt auch einfach mal. Weil anscheinend kannst du es ja. Das hast du ja bei deiner Mutter auch bewiesen. Dann hat sie angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Und das war auf jeden Fall aber auch ein Prozess, der eine Weile gedauert hat. Weil sie sich da erst mal reinfinden musste. Und ich glaube, Englisch für sie auch immer einfach von der Hand ging. Und sie dann schon auch erst mal da saß und dachte, oh, okay, alles klar, jetzt muss ich irgendwie umdenken und muss da auch erst mal meine Sprache finden. Was will ich überhaupt sagen? Wie kann ich es überhaupt sagen? Das hat jetzt so ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Wir hatten auch ein paar Label-Gespräche, relativ lose. Aber da fand man es ja auch immer toll. Aber irgendwie hatten wir nicht das Gefühl, dass da jetzt jemand dabei ist, der da wahnsinnig doll dran glaubt. Und dann saßen wir irgendwann bei Patrick. Und der meinte auch, ich liebe Nessi. Und wenn ihr sagt, ihr wollt es gerne im urbanen Bereich machen, dann bin ich sofort am Start. Und dann habt ihr morgen den Vertrag. Gefühlt war es so. Und dann saßen wir quasi auch noch mal zu viert zusammen. Nee, zu dritt und zu viert mit Axel und meinem anderen Kollegen noch. Und dann war Axel Erler. Wir nennen ihn immer den ältesten Mann der Musikbranche. Er würde mich jetzt hassen dafür. Wie alt ist er denn so grob? Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Es ist ein Mysterium. Aber gefühlt 80. Gefühlt 80. Aber er sieht aus wie 25. Axel macht bei uns auch viel den ganzen Vertragsschüssel. Und hat aber auch so ein paar einzelne Management-Themen und Produzenten-Management-Themen. Mache ich mit ihm zusammen. Genau. Und dann saßen wir zusammen. Und dann war eigentlich so, okay, wir haben jetzt deine Mutter. Wir haben die Prinz Pi-Nummer und eigentlich muss es auch irgendwie genau in die Richtung gehen. Und dann lass uns das doch jetzt machen. Genau. Und dann haben wir mit Jan van der Thorn, unserem Produzenten, angefangen, weitere Songs zu schreiben. Kamen dann irgendwann an den Punkt, wo wir gesagt haben, ja geil, okay. Also irgendwie haben wir jetzt doch schon ganz schön viel. Dann lass doch jetzt mal loslegen. Genau, dann haben wir jetzt vor kurzem die erste Debüt-Single released, Scheines Betrug. Auch da werden Schüsse abgefeuert. Absolut, ja. Also auch gerade, worüber wir geredet haben. Genau. So war es eigentlich, also schon recht rap-ähnlich, mal so ein paar Ellbogen ausgefahren und gezeigt, so ey, was ihr da zeigt im Internet und so, ist alles gar nicht echt und sowas. Genau. Also auch gewagt, würde ich mal sagen, so als erstes Ding. Absolut gewagt, absolut gewagt, aber es war auch eine bewusste Entscheidung. Und ich muss auch sagen, ich bin auch wahnsinnig stolz auf Nessie, weil da hat eine tolle Entwicklung stattgefunden die letzten Jahre. Und die Songs, ich sage es immer gern liebevoll, werden schon ein Mittelfinger in die eine Richtung, aber auch ein offenes Herz in die andere. Und die Songs sind wahnsinnig persönlich geworden und sie ist aber auch eine Frau, die was zu sagen hat, was ich persönlich sehr schön finde. Und ich glaube, da kann man gespannt sein, da erwarten ein paar schöne Überraschungen. Ja, aber warum habt ihr denn die Songs von Nessie, die schon ein paar Jahre alt sind, aktiv runtergenommen? Was war da die Entscheidung dahinter? Also wir haben uns dafür entschieden, weil es musikalisch natürlich in eine komplett andere Richtung jetzt geht, als das, was sie vorher gemacht hat. Also vorher war es englischsprachig, Singer, Songwriter und jetzt ist es deutschsprachig und wesentlich urbaner. Und da war dann einfach die Entscheidung, weil neue Fans zu gewinnen, die dann vielleicht auch auf ihr Profil kommen, die alten Sachen hören, erst mal verwirrt sind und nicht so richtig wissen, okay, was ist denn Nessie jetzt, wofür steht sie denn? Das verwirrt dann vielleicht auch einfach zu sehr. Aber ein englischer Song ist ja noch drauf. Richtig, das liegt aber daran, dass der Sync-seitig, bedeutet TV-Werbung, wahnsinnig gut funktioniert hat. Also das ist eine Nummer, die Nessie geschrieben hat und die in diversen Kinofilmen bei Lucifer auf Netflix in der Serie verwendet wurde, bei Grey's Anatomy in der letzten Staffel und für Coke Light. Und genau, da haben wir quasi im Werbebereich, wird die Nummer permanent irgendwo verwurstet. Okay, Shake, Shake, Shake. Shake, Shake, Shake heißt das. Und auch diese Deals, habt ihr dann aktiv eingetütet oder kamen die auf euch zu und haben gesagt, hey, wir wollen wir gehen da? Nee, wir haben, wir arbeiten ja auch sehr eng mit Styleheads zusammen. Die machen, haben ja auch ihre Produktionsfirma Hyperbowl, machen zum Beispiel Dislike, sind aber eben auch eine PR und Werbeagentur, arbeiten mit ganz vielen Marken zusammen. Und über die kam die Anfrage ursprünglich wegen Coke Light, die einen Werbesong gesucht haben und da haben wir die Nummer dann quasi gepitcht. Okay, also wir haben jetzt schon sehr viel Aktuelles abgegrast, aber wir wollen nochmal im Schnelldurchlauf, weil wir sind schon relativ lang wieder am Quasseln, durch deine Karriere durch. Und ich würde jetzt mal überspringen, was deine schulische oder was auch immer Ausbildung war und würde dann direkt schon mal starten, dass du erst mit 23 dann sogar Label Relations und Content Management bei MyVideo gemacht hast. Und dann 2013 Project Manager for Live Events bei Empire, so eine Eigenplattform für Musikvideos von MyVideo. Genau, genau. Also das alles waren quasi Tochterunternehmen von ProSieben. Ich habe damals für ProSieben gearbeitet, sieben Jahre lang insgesamt. Erst bei MyVideo. Vielleicht kennt das der ein oder andere der älteren Generation noch. Es war damals eine Videoplattform, neben YouTube eigentlich die größte. Dann gab es noch so ein paar andere, Clipfish, TapeTV und wie sie denn da alle hießen. Genau, da habe ich im Musikbereich gearbeitet, sehr eng mit den Labels und vertrieben. Wir haben da sehr viel Exclusive-Content rangerockt, wie Videopremieren, Album-Pre-Listenings, die man vorab hören konnte. Also das war quasi noch, bevor Spotify und Co. so groß wurden. Und ProSieben wollte damals noch eine eigene Musikmarke haben und dann haben wir den Streaming-Dienst Empire gelauncht. Da bin ich relativ schnell ins Projektmanagement gerutscht, weil wir einfach auch noch nicht so viele Mitarbeiter waren. Und war da zuständig für das Thema Live Events. Und mein erstes Event, ich hatte da wirklich auch keinerlei Vorerfahrung, war dann gleich ein exklusives Album-Pre-Listening mit Lady Gaga, was wir damals im Berghain zusammen mit Universal veranstaltet haben. Das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung und ein Highlight gleichermaßen. Wie sah dann das aus? Also zu deinem Everyday-Life hast du jetzt ja noch gar nicht so viel gesagt. Am Anfang, also my-videomäßig war es ja auch schon Label-Relations, das heißt auch da warst du im Musikbereich tätig und hast dann versucht, zum Beispiel, dass die eben zum Beispiel Musikvideopremiere. Das war dann so der Hauptfokus oder was gehörte da noch dazu? Also natürlich irgendwie das ganze Content-Management, also das war schon auch sehr technisch basiert teilweise, aber ich war halt einfach der Ansprechpartner für alle Labels und Vertriebe und wir haben halt versucht, welche Kampagnen wir rund um Album- und Single-Veröffentlichungen, videobasiert wir halt machen können. Und dann hat sich das quasi geändert auf Live Events, einfach weil sich das angeboten hat und dann hast du gesagt, ja, ich hätte Bock darauf. Nein, also es war eigentlich, also gerade im Streaming-Bereich haben wir natürlich auch versucht mit Kooperationen, also die Plattform natürlich auch irgendwie besonders zu machen, das heißt man hat auch geguckt, damals war es noch nicht so, dass alle Künstler ihre Alben auch für Streaming freigegeben hatten, das heißt man hat auch versucht vielleicht von Künstlern exklusiv Alben nur für Empire zu bekommen, die man quasi nur dort hören konnte. Oder eben wie gesagt vorab schon das Album zuerst bei uns hören zu können und was man aber tatsächlich sagen muss, wir waren der einzige Streaming-Dienst, wo man damals auch schon Musikvideos schauen konnte, also Streaming und Video on Demand. Das hat bis dann ja bei Spotify auch noch nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, ob die da noch Ambitionen überhaupt haben, aber genau, das war damals so ein bisschen unsere Stärke und dadurch, dass wir auch immer sehr technologiebasiert waren, haben wir sehr viel mit Livestreaming gearbeitet. Wir hatten natürlich auch die TV-Power mit ProSieben im Rücken, das heißt man konnte auch wahnsinnig viel Werbebudget damit reingeben, um das den Labels und den Künstlern auch irgendwie schmackhaft zu machen. Und das war eigentlich nie mein Ansatz. Ich glaube, ich war immer so, ich bin neugierig, ich finde Stillstand schlimm und finde es total toll, wenn sich Dinge bewegen und ich viele neue Sachen lernen kann. Und damals hatten wir wie gesagt nicht so viele Mitarbeiter und dann war es so, ja okay, alles gut, Steffi, du machst das dann. Und ich so, ja okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich fuchse mich da mal irgendwie rein. Genau und so kam das dann. Und wie hast du dich dann für Lady Gaga reingefuchst? Was waren dann so Sachen, die man da organisieren musste? War es da ihr erstes Album? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, es war das Artpop-Album damals und du fängst dann natürlich bei allem an von Venue. Ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Berghain sofort Juhu schreit, wobei die aber dann doch auch Lady Gaga-Fan sind. Dass wir das da machen konnten, war auf jeden Fall auch ein großer Glücksfall. Der Sound war natürlich auch überragend. Also es war nicht in der Kantine, sondern richtig? Richtig, im Berghain, genau. Das heißt natürlich irgendwie Venue. Dann musst du natürlich gucken, dadurch, dass wir es auch gestreamt haben, live gestreamt haben, musst du natürlich dich um die ganze Technik kümmern. Ü-Wagen, Übertragungsleitung, musst gucken, dass das Internet passt. Genau, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Auflagen von Seiten Lady Gaga. Und es darf nichts nach außen dringen, weil es war ja auch vor Album VÖ. Das heißt, da wurde dann tatsächlich sogar jemand rausgeschickt vor Sperghain, der beim Soundcheck irgendwie messen musste, dass man auch ja nichts vom Album irgendwie draußen hört. Und alle Handys mussten abgegeben werden, weil nichts mitgefilmt werden durfte. Also jeder Besucher, jeder Gewinner, das war damals quasi nicht öffentlich, sondern man konnte die Tickets dafür gewinnen. Nur, das musste natürlich alles irgendwie safe sein. Aber das war dann schon, sobald es live ging, war es dann live, ne? Genau. Das heißt, nur der Soundcheck sollte geheim bleiben. Ab da war dann, hey, guckt alle diesen live. Nee, nee, wir haben die Auswertung. Also genau, es gab dann natürlich ja auch illegale Mitschnitte. Sowas passiert dann ja auch. Aber vorab musste alles safe und geheim sein. Und es war ihr ausdrücklicher Wunsch, dass niemand ein Handy dabei hat und mitfilmt. Also es sollte nur das, was aufgezeichnet wurde, dann auch raus. Achso, das heißt, das war dann nicht mehr live. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Doch, doch. Also es gab eine Live-Übertragung über einen Player, der auch quasi eigentlich, ne? Also so weit es irgendwie geht, sicher war, damit man es nicht einfach so rippen konnte. Also da gibt es natürlich auch gewisse Standards. Was ja aber nicht heißt, dass nicht irgendjemand mit seinem Handy vorm PC sitzt und da irgendwie auch nochmal filmt, ne? Also das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Aber ja, es gibt dann natürlich gerade bei einem großen US-Act relativ viele Auflagen, auf die man da achten muss. Und hat es geklappt? Ist der Server nicht zusammengebrochen? Nein, alles gut gelaufen. Hat alles soweit funktioniert. Aber auch erst schlaflose Nächte wahrscheinlich, ne? Viele, ja. Sehr viele. Und weißt du noch, wie viele da so grob live dabei waren? Weil mittlerweile ist das ja so ein normales Ding und Twitch-Streams haben tausende ZuschauerInnen und damals war es ja, weiß ich nicht, gab es ja Live-Übertragungen noch nicht so krass. Ich weiß noch, wie ich Periscope vor ein paar Jahren installiert habe und das als Revolution empfunden habe, dass du mit dem Handy live gehen kannst und auf einmal kannst du halt mit jedem Dienst live gehen und das ist überhaupt nichts Besonderes. Voll. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wir waren auf jeden Fall sehr überrascht. Also es war sehr positiv. Wir mussten den Player sogar, weil wir waren ja eigentlich nur verfügbar in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir mussten denen aber auch den Geoblog rausnehmen und mussten weltweit live schalten. Die Zahlen waren auf jeden Fall sehr gut. Und dann hast du ähnliches oder das Gleiche auch mit Cool Savage gemacht? Genau. Da habe ich unter anderem dann auch mit der lieben Marina zusammengearbeitet. Marina Buzinashvili. Richtig, genau. Und genau, da haben wir quasi für das Märtyrer-Album auch eine große Kampagne gefahren mit TV-Sport, Videopremiere und haben dann eben auch nochmal ein Live-Event vorab gehabt mit Savas. Und das war dann mal kein Listening-Session oder auch? Doch, doch. Also es war quasi, aber ein Live. Also Savas hat sich gewünscht, oftmals sind ja so Listenings dann auch, man hört gemeinsam das Album durch, aber in dem Fall hat er sich gewünscht, dass wir das live machen und hat dann quasi an dem Abend auch zum ersten Mal die Songs von seinem Album live gerappt. Ah, cool. Und das waren so deine Highlights aus dieser Zeit oder hast du noch andere Anekdoten, die du gerne loswerden möchtest? Oh Gott. Viele wahrscheinlich, die ich erzählen könnte, aber eigentlich waren das schon auch echt die Dinge, die mir wahnsinnig viel Freude bereitet haben. Und man muss mal sagen, also gerade bei diesen Events, das sind dann auch, wenn du sehr viel praktisch arbeitest, aus deiner Komfortzone irgendwie rauskommst und in andere Dinge reingeschmissen wirst und da nicht lange nachdenkst, sondern einfach machst. Das sind dann auch so die Momente, wo man echt wahnsinnig viel lernt. Du hast auch geschrieben, erstes eigenes Konzert als Support for Master Ace. Hast du da das Konzert gegeben? Genau, ich habe früher auch mal Musik gemacht und habe gesungen und geschrieben und habe mit ein paar Rap-Artists zusammengearbeitet. Nephew aus der Schweiz zum Beispiel, einem OS-Rapper, mit dem ich relativ viel gemacht habe und einem Produzenten aus Kiel. Das war damals noch die Zeit, als es MySpace noch gab. Also MyVideo, MySpace, MyEverything. Ja, das fand ich tatsächlich, ich muss sagen, ich habe MySpace geliebt, weil damals konntest du echt mit den Künstlern auch einfach in Kontakt treten. Die haben ja auch noch geantwortet und du konntest so einfach auch Musik mit denen machen. Also das war damals echt gar nicht so unüblich, was man sich heute auch in der Form nicht mehr so vorstellen kann, dass man einfach so über Instagram jemanden anschreibt und da dann auch immer irgendwas kommt. Und dieser Produzent, mit dem ich gearbeitet habe, hat auch relativ viel mit Master Ace zusammengearbeitet und mit EMC. Und die waren dann hier auf Tour und dann haben wir Support gespielt für die. Du dann mit Nephew oder mit anderen Leuten? Nee, das war der US-Rapper, mit dem ich dort gearbeitet habe und dem Produzenten. Mit Nephew haben wir auch ein paar Shows gespielt, unter anderem als Support für Wallet und Maybach Music. Genau, also Rick Ross Camp. Und das ist aber für dich jetzt nicht mehr die Option. Wie heißt denn der US-Rapper, mit dem du da gearbeitet hast? Tony Tiger Style heißt der, den kennt man aber, glaube ich. Hat aber auf jeden Fall einen geilen Allokationsnamen. Absolut. Tony Tiger Style bei Thema Takt. Ja, das klingt auf jeden Fall schön. Und wann hast du dann aufgehört, aktiv selbst Musik zu machen oder machst du noch ein bisschen selbst? Nee, also ich merke schon, manchmal fehlt mir das schon und ich habe auch noch mein Piano zu Hause und ab und an gieße ich mir dann ein Glas Wein ein und dann setze ich mich zu Hause ganz romantisch ans Klavier. Das passiert schon durchaus manchmal. Es gab auch ein paar Produktionen in der Vergangenheit, wo man ganz schnell mal eine Studiosängerin brauchte und ich dann kurzfristig, weil es nicht anders ging, eingesprungen bin. Na komm, du hast doch gesagt so, hey Leute, ich glaube da fehlt noch eine... Nee, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Das würde ich nicht machen, echt nicht, weil ich versuche das dann schon zu trennen und irgendwie will ich mich da auch nicht aufdrängen. Das war dann wirklich so ein Schnellschuss irgendwie, okay, morgen müssen wir das Maß darüber schicken und da soll aber noch eine weibliche Sängerin rein. So, was machen wir jetzt? Wir finden bis morgen keine Sängerin. Sowas passiert und selten, aber es passiert dann manchmal und da habe ich auch Spaß bei. Das macht mir gute Laune, das ist auch schön, aber ich bin mittlerweile völlig fein, damit das nicht zu tun, aber mein musikalisches Wissen auf der Ebene, auf der ich jetzt agiere, irgendwie mit einfließen zu lassen. Und irgendwie bin ich dann ja doch manchmal dabei, weil dann bist du trotzdem manchmal mit im Studio und gibst Input und das sind schon auch die Abende oder die Tage, die dann auch echt viel Spaß machen, wenn man mal weg vom PC kommt, aber völlig fein damit. Und du bist auch beim Verlag oder machst du das für Umme? Nee, Leute, ich bin nicht mal bei der GEMA gemeldet und es gibt Songs von mir auf Spotify, das ist jetzt da. Da gibst du hier die ganzen Tipps raus oder machst du es selbst nicht? Ja, ich weiß. Also man findet dich auch noch unter Soulies, ne? Nein, findet gar nichts, findet man da gar nichts. Ich lasse das heute alles noch sperren. Doch, es könnte schon sein, dass man noch was findet. Sagst du doch hier, wir geben jetzt auch bekannt, dein erstes Album steht in den Startlöchern. Patrick, können wir mal über den Vorschuss reden? Genau. Nee, also man wird sicherlich noch irgendein Geheimnis aus der Vergangenheit finden, ja. Geil, ich werde auf jeden Fall noch mal recherchieren. Übrigens auch Psy High The Prince hat sich, glaube ich, aufs Kanye West Album damals geschmuggelt, weil er einfach seinen Part aufgenommen hat, als alle schon raus aus dem Studio waren. Das ist spät aufgefallen und sie haben von da mit dem Part geil. War das so, ja, siehst du? Also wenn du da noch mal ein, zwei Zusatzstimmen zugeben möchtest, Überraschung. Tada! Ja, geil. Ich würde noch mal auf Producer kommen, das habe ich jetzt ganz vergessen gerade nämlich, weil da die Arbeit ja dann noch mal ein bisschen anders ist und ich habe auch häufiger schon gehört, weil das gerade die auch häufig dann irgendwie hinterherrennen müssen, dass ihre Beats dann einfach benutzt werden und sowas. Ist das auch ein großer Punkt, der immer noch da ist, wo man sehr hinterher ist? Absolut, absolut. Also gerade Rapper, ich meine, da läuft die Zusammenarbeit ja oftmals noch ein bisschen anders. Auch da ist irgendwie, Rapper XY ruft an und sagt, ey Digga, ich bin gerade in der Stadt, ich habe Bock heute Abend auf eine Session und kann nicht vorbeikommen. So läuft es dann oftmals ab. Dann kommen die vorbei, dann hat man irgendwie einen nicen Abend und sitzt dann bis morgens um fünf im Studio und dann wird irgendwas aufgenommen. Dann hört man erst mal nichts und dann ist es tatsächlich, gibt es dann doch auch öfter mal die große Überraschung, wenn irgendwas released wird und vorher nichts geklärt wurde. Der Fall kommt dann doch relativ häufig auch vor, ja. Oh. Mhm. Und dann schaltet man einen Anwalt ein. Nö, also dann versucht man das im optimaler Weise erstmal über Management oder Verlag zu regeln. Das heißt, entweder kriege ich das freitags mit oder der Produzent selber und dann kriege ich einen Anruf und dann heißt es, Steffi, hier, guck mal, we have a situation, was machen wir jetzt? Und dann versuche ich natürlich mit dem Management des Künstlers in Kontakt zu treten und zu sagen, hey, das war jetzt nicht so cool, hätte man eigentlich besprechen müssen, was machen wir jetzt? Und dann, genau, muss man sich darüber einig werden, über die Konditionen im Nachhinein und Verträge. Und genau, dann versucht man es irgendwie noch zu retten und Worst-Case-Szenario ist dann halt der Anwalt, wenn gar nichts geht und man da nicht mehr weiterkommt. Okay, das ist dann seltener der Fall, aber wahrscheinlich, oder? Ja, man versucht es auf jeden Fall zu vermeiden, weil, ne, also das ist zeitaufwendig, kostet Geld im Worst-Case-Szenario und kostet vor allem aber auch Nerven. Okay, ansonsten, wie ist deine Management-Tätigkeit bei Produzenten? Also dann, wie unterscheidet sich das zum Beispiel, wenn du Nessie oder wenn du Abbas managst? Wenn ich zum Beispiel Nessie manage, dann geht es ja aber auch viel um die Brand. Also alles, was so Künstleraufbau, Videodrehs, Cover, wie soll es aussehen, wie soll es inhaltlich sein? Da macht man sich ja natürlich auch Gedanken über die Künstlerpersönlichkeit und wie das alles nach außen getragen wird. Beim reinen Produzentenmanagement geht es ja meistens tatsächlich eher darum, den Produzenten Aufträge zu besorgen. Also Producer-Aufträge, das heißt, du connectest ihn mit Managements, mit Künstlern, versuchst Sessions zu organisieren. Reine Produktionsaufträge gab es früher, das heißt, dass auch Label XY auf dich zugekommen ist und gesagt hat, wir haben hier Künstler XY und brauchen dafür eine Album-Produktion, kann das nicht einer eurer Produzenten machen? So lief das früher, dadurch, dass heute das Niveau so krass geworden ist, dass die Demos meistens aus den Sessions schon so krass sind, entsteht einfach wahnsinnig viel aus der direkten Zusammenarbeit mit dem Künstler oder eben aus den Demo-Bändern, die du da bekommst. Und dann produziert es meistens auch derjenige aus, der in der Writing Session mit drin war, der Produzent. Genau, das ist quasi ein Baustein, Netzwerken connecten, Möglichkeiten für Produktionen schaffen und dann kommt der nächste Baustein und das ist dann natürlich gerade die Verhandlungsbasis, Abrechnungsbasis, Lizenzabrechnung hinterherrennen, Buchhaltung bieten wir meistens noch mit an. Das ist ein Service, weil das ja auch irgendwie ein Baustein ist, den viele Produzenten nicht gerne machen. Thema Steuererklärung, all diese Geschichten, das sind dann so ein bisschen die Baustellen, Verhandeln, Verträge. Du wolltest gerade noch aufzählen, wen du managst und dann sind wir bei Nessi hängen geblieben und dann war es das und am Mikro hängen geblieben. Also Nessi zum einen, dann habe ich noch das Artist-Projekt von unserem Produzenten Abbas und Explosive bei mir, das nennt sich To The Moon. Geht ein bisschen in die 80s Richtung, da gab es eine erste Single mit Edin, die wahnsinnig gut funktioniert hat. Die letzte Single war mit Nico Santos. Der Vibe ist ein bisschen 80s mäßig, aber trotzdem auch urban, würde ich sagen. Und dann habe ich quasi viele Produzenten, die ich noch manage. Wen? Schauder, schauder, schauder. Schauder, schauder. Okay, also dann habe ich einen Jan van der Thorn, der auch sehr viel im urbanen Bereich macht, viel für Nessi, aber auch wahnsinnig vielseitig aufgestellt ist. Einen Kranz, der eben sehr viel im Dance-Bereich momentan macht. Thomas Porzig ist bei uns. Das Mo und Mania, die machen ja zum Beispiel alles für Finch Asozial, aber auch sehr viel Kino- und Filmmusik, Score, das Desaster-Album ist von denen. Genau, also das, um mal ein paar Namen zu nennen. Also sind noch mehr. Ja, genau. Okay, dann musst du das alles nochmal in die Show Notes schreiben, bevor wir hier völlig zu den Rahmen sprengen. Und ich würde nochmal, um nochmal in deine Geschichte zurückzuspringen, also nach ein paar Jahren und nach den ganzen Live-Sessions, bist du dann nochmal Senior Key Account Manager und dann eben auch wieder Label Relations geworden. Wie hat sich dein Job dann verändert nochmal? Das Ding ist, das sind immer alles so wahnsinnig schöne Bezeichnungen, die man sich da ausdenkt. Ich glaube, ich habe immer in einem Umfeld gearbeitet, wo einem wahnsinnig viel Spielraum gelassen wurde. Man versucht das mit solchen Bezeichnungen immer irgendwo reinzudrücken. Meistens macht man aber mehr als das oder kann das irgendwie gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe damals ja sehr viel Projektmanagement für Live-Geschichten gemacht und darüber hinaus war ich aber immer auch noch Ansprechpartner für die Labels und habe weiterhin versucht, Kampagnen mit denen zu fahren für Künstler-Releases. Und im Endeffekt hat man dann irgendwie versucht, das links und rechts wieder mit den Namen aufzufangen. Also es war eher ein fließender Übergang, was im Prinzip versucht, dass Empire möglichst mit vielen zusammenarbeitet. Genau, genau. Und wie kam dann der Wechsel, also vor knapp drei Jahren dann eben zu WePublish Music und in den Verlagsbereich? Ja, also es war so, dass wir mit Empire, also ich sage mal so, irgendwann hat sich das für ProSieben in der Form so nicht mehr rentiert. Wir haben ja Empire damals auch also den Streaming-Dienst an Deezer abgegeben und hatten dann quasi keine technologische Plattform kurzzeitig, die dahinter gesteckt hat, waren dann sehr redaktionell und haben eben viel Eigencontent produziert mit Konzerten. Und irgendwann hat das alles so nicht mehr funktioniert, weshalb die Firma dann auch dicht gemacht wurde. Und dann habe ich tatsächlich und eigentlich muss ich sagen, das ist glaube ich so der einzige Fehler, den ich ein bisschen im Nachhinein bereue, beziehungsweise glaube ich schon alles passiert aus einem Grund, in einer Firma zu bleiben, in der man eigentlich nicht mehr happy ist. Das dann trotzdem noch so lange ausgesessen und mitgemacht zu haben, das war glaube ich im Nachhinein ein bisschen schade, da hätte ich mich eher durchringen können, da auch einen Wechsel anzustreben. Hat sich dann ja von alleine erledigt und dann habe ich gedacht, gut, okay, du hast hier irgendwie ein Netzwerk aufgebaut und eigentlich, du warst jetzt sehr technologiebasiert in der Musikbranche unterwegs. Und eigentlich hättest du aber nochmal Bock, näher am Künstler zu arbeiten und näher an der Musik. Und dann habe ich Patrick auf Facebook, also Patrick Thiele auf Facebook geschrieben und meinte halt so, hey, bei mir gibt es hier gerade ein paar Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade jemanden sucht, aber ich wäre auf jeden Fall offen für Gespräche. Und dann hat er gesagt, ja, komm morgen vorbei. Und dann saßen wir zusammen mit Patrick, Axel und Nico und dann war das eigentlich relativ schnell klar, obwohl ich keine Ahnung von Verlagsbusiness hatte. Und wie kam es dann, dass du sie doch überzeugt hast? Also Patrick kannte mich ja, er sagt immer, dass wir bei, wir saßen in einem türkischen Café und Patrick sagt immer, dass die beiden mich ganz verliebt angeschaut haben. Und er wusste, dass sie mich, glaube ich, als Person cool und passend für dieses Unternehmen fanden, weil ich mich, glaube ich, also ich sehr flexibel immer war und mich in viele Dinge, auf die ich auch Bock hatte, reingearbeitet habe. Und im Prinzip ja, glaube ich, sollte das auch die Grundvoraussetzung dafür sein, um in dieser Branche arbeiten zu können. Man kann alles lernen und dir wird in der Schule all das, was in dieser Branche passiert und abgeht, niemals beigebracht. Das kommt dann alles während der Zeit. Ja, ich glaube, die fanden das einfach alles gut und haben dann gesagt, gut, lass es uns probieren. Und dann weiß ich noch, hat Nico mir einen riesigen Schinken mitgegeben, der der Handbuch, nein, nicht so, sondern ich rede von einem Buch. Das Handbuch der Musikwirtschaft oder so. Ich weiß gar nicht, 5000 Seiten gefühlt, ein riesendickes Buch. Und dann bin ich damit nach Hause und habe mich da eingelesen. Und dann habe ich angefangen. Mit diesem Buchwissen. Ja. Also das kannst du empfehlen, das Buch zu lesen? Nein, es ist schrecklich, es ist schrecklich, tut es nicht. Und es ist auch veraltet. Es soll eine neue Auflage geben. Ich weiß nicht, wann die kommt, aber es war damals schon sehr veraltet. Ja, wie gesagt, also ich hatte immer das Glück, dass ich wahnsinnig tolle Mentoren und Chefs hatte, die mir sehr viel Spielraum gegeben haben, mich zu entfalten und auch immer sehr offen waren, mich da auch mitzuziehen und mir viele Dinge beizubringen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, um da reinzukommen. Also die haben dich dann schon auch an die Hand genommen, haben dich gesagt, lies nach. Ich glaube, Seite 30 ungefähr ist es. Genau. Nee, nee, ich wurde da ganz wunderbar an die Hand genommen. Und bevor ich es vergesse, wie heißt Nico mit Nachnamen? Mecklenburg. Ach so, ja. Ja. Das hat Patrick ja schon erzählt. Genau, genau. Ich würde jetzt eigentlich schon zu den abschließenden Fragen kommen und zwar, auch wenn du nicht so ganz im Hip-Hop drinne bist, aber was wünschst du dir trotzdem für Hip-Hop, für die Szene, für das Universum? Also ich glaube, Diversität. Ich glaube, eine musikalische Weiterentwicklung, dass ein bisschen offener darüber gesprochen wird, was da im Hintergrund alles getrieben wird und was nicht. Und vor allem gerne mehr Realness und mehr Texte mit Inhalt. Und was wünschst du dir für dich? Für mich wünsche ich mir keinen Stillstand weiterhin. Ich bin nackert in einem Konstrukt, in dem du nie weißt, wenn du morgens aufwachst, was an dem Tag passieren wird und ob es nicht doch wieder neue verrückte Ideen gibt, die man einfach ausprobiert, weil man Lust darauf hat, egal ob es dann funktionieren wird oder nicht. Das macht mich sehr glücklich und fordert mich jeden Tag. Und deshalb bin ich auch noch da, wo ich bin. Und ich hoffe, dass das noch ganz lange so bleibt, dass die Künstler, mit denen ich arbeite, dass das weiterhin so ein schönes Verhältnis ist. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, das wünsche ich mir. Und dass dein Solo-Album einschlägt wie eine Bombe. Richtig, genau. Nicht zu vergessen. Und dass ich mich irgendwann doch bei der GEMA anmelde. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben wir alle was gelernt. Wenn du nicht nur was hinzufügen möchtest, bin ich durch. Ja, super. Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Hätten das auch noch länger weiterführen können, aber ich glaube, es wird auch mal Zeit. Ja, ich habe euch, glaube ich, eh schon alle überfordert. Sieht's mir nach. Wo kann man dich erreichen und wie kann man bei dir gemanagt werden oder so? Ja, also im Optimalfall einfach Demos schicken an, soll ich schon meinen Kontakt jetzt hier auch direkt? Ja, hau raus. SR at dasmaschine.com. Alles klein und zusammen. Und da könnt ihr eure Demos hinschicken und wir hören uns wirklich alles an. Aber es gibt auch schonungsloses, gnadenloses, ehrliches Feedback. Ach krass, ja. Das ist ja nicht häufig, glaube ich, dass es da auch Feedback gibt. Aber das ist doch schön. Ja, dann hoffe ich, dass da auch ganz viele E-Mails jetzt herangespült werden. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir und bis bald. Wie ihr Stefan Niron erreichen könnt, lest ihr natürlich auch in der Beschreibung oder auf thematakt.de. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge auch so viel lernen konntet wie ich. Eins ist klar, Songwriting und Verlagsarbeit ist kompliziert. Ich fuchse mich da ja schon eine Weile rein und habe immer noch Fragen, die mir meine wunderbaren Gäste aber peu a peu alle beantworten. Was sind denn eure Fragen oder Wunschgäste? Schreibt mir an tobias at thematakt.de oder über Instagram at thematakt. Ich finde es auch bemerkenswert, wie sehr das Streaming, also Spotify, Deezer, YouTube, die Musikwelt verändert hat. Dass sich die Nutzung verändert hat, ist uns wohl allen klar. Oder wann habt ihr das letzte Mal eine CD gehört? Aber dass sich die Auszahlung verändert, teilweise weniger nachzuvollziehen ist, wie hoch Einnahmen sein sollten, weil man nicht genau weiß, wie viele Leute das jetzt gestreamt haben, weil die Dienste den Einblick eben erschweren. Und dass Songs anders geschrieben werden, ist schon krass. Ich habe mir bis jetzt auch nicht viele Gedanken über SongwriterInnen gemacht. Dabei bekommen die noch weniger Aufmerksamkeit als ProducerInnen. Und das will schon was heißen. Eine Songwriterin, die sowohl für sich selbst als auch für andere schreibt, ist Nessie. Im Gespräch hat Stefanie schon erzählt, wie sie mit ihr zusammenarbeitet und wie das alles so kam. Ich wollte aber von Nessie selbst wissen, warum sie Stefanie als Managerin so schätzt. Und sie hat mir diese Sprachnachricht geschickt. Ich liebe es sehr, mit Steffi zusammenzuarbeiten und liebe es natürlich auch genauso sehr, dass sie auch mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich habe in ihr nicht nur eine sehr, sehr enge Vertraute, sondern auch eine sehr gute Freundin gefunden. Und bin begeistert, wie Arbeit, Musik als Beruf funktionieren kann, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Und sie ist super feinfühlig und einfühlsam. Gerade bei sensiblen Künstlern wie mir zum Beispiel manchmal ist es dann echt wichtig, dass da jemand ist, der sagt, hey, ich glaube aber an dich und du schaffst das und wir machen das jetzt und du brauchst dir keine Sorgen machen. Und das hat sie mir bisher auch jedes Mal bewiesen. Also es gibt nichts, was man nicht irgendwie lösen kann. Und es gibt kein Ziel, was irgendwie zu hoch gesteckt ist. Und wenn du eben so cheesy, es klingt, jemanden an deiner Seite hast, der die gleiche Vision hat wie du und dazu einfach noch so eine wahnsinnig tolle Person ist. Also ich hoffe, du verlässt mich nicht. Und ich wünsche uns beiden für die gemeinsame Zukunft noch alles Gute. Und du bist einfach eine wahnsinnig tolle Frau. I love you. Wäre diese Nachricht für mich gewesen, würde ich jetzt vor Rührung ein paar Tränen verdrücken. Es gibt kein Ziel, das zu hoch gesteckt ist, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der die gleiche Vision hat wie du. Diese Einstellung möchte ich durch diesen Podcast auch immer wieder befeuern. Wenn ihr Musik veröffentlichen wollt oder im Musikbusiness mitwirken, dann traut euch und macht das. Das klappt am besten natürlich mit Unterstützung. Schreib mir da gerne, wenn du noch irgendwie Unterstützung sucht oder auch Fragen habt, die ich vielleicht beantworten kann. Unterstützung suche ich selbst aber auch noch. Folgt at Thematakt auf Social Media, teilt die Folgen. Ihr könnt Thematakt per Patreon oder Steady unterstützen oder über paypal.me slash Thematakt. Vielen Dank an Julia, Luca, Ansgar, Sören, Freddy und Sandra, die das gemacht haben. Nur wenn ihr unterstützt, kann ich diesen Podcast hier weiter betreiben. Und das würde ich ganz gerne machen. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast.